Guten Abend allerseits. Willkommen am Wissenschaftszentrum Berlin. Wir hatten eigentlich die Rede vor der Rede der Vorrede abgeschafft, aber heute machen wir eine kleine Ausnahme, weil wir am WZB tagen und das WZB in der Entwicklung der deutschen Internet- und Digitalisierungsforschung doch eine mittelgroße Rolle gespielt hat. Hier entstand einer der ersten sozialwissenschaftlichen Forschungsgruppen, die sich mit dem Internet befasst hat. Die entstand etwa 1993 und hat auch gleich ein erstes größeres Forschungsprojekt eingeworben bei der VW-Stiftung. Das hieß Kulturraum Internet und hat diesen damals unbekannten digitalen Raum aus ethnografischer Perspektive untersucht. Ich war ein Mitglied dieser Gruppe und gehörte zu den ersten hier, die sich mit dem Internet befassten. Gerne erzähle ich die Geschichte, wie ich ganze Nächte hier verbrachte, um mich mit den verschiedenen Kommunikationsdiensten, die es gab, auseinanderzusetzen. Beliebt war etwa das Spiel Pong. Das lief über einen Server in Boston und da haben wir über den Flur so eine Art Tischtennis gespielt und auf diese Weise die Schnelligkeit der Datenübertragung kennengelernt und waren sehr fasziniert davon, auch deshalb, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben, zu überlegen, wie schnell die Übertragung von Voice übers Telefonnetz ging. Also wir waren voll gefangen in dem, was man heute den Internet-Exzeptionalismus nennt, nämlich die Vorstellung, dass mit dem Internet alles anders ist und das Internet auch als Infrastruktur sich komplett unterscheidet von allen anderen Infrastrukturen. So viel zu der Vorgeschichte. Hier war also eine der Wiegen der deutschen Internetforschung im sozialwissenschaftlichen Bereich und deshalb bin ich ganz froh, dass es uns gelungen ist, diesen Raum heute bereitzustellen für die Redenreihe, die ja sehr viele Jahre später, nämlich über 20 Jahre aufgesetzt worden ist. Alles Weitere überlasse ich jetzt Tobi Müller, der unsere heutige Rednerin vorstellen wird. Ja, vielen herzlichen Dank, Janett Hofmann. Man sieht ja bereits, dass sich das Internet nicht von den anderen Infrastrukturen unterscheidet in Deutschland, dass wir heute keinen Livestream haben. Also auch das unterscheidet sich nicht unbedingt. Das liegt nicht hier an den Leuten vor Ort. Von Alex Tibi, es gibt ein anderes Problem hier, ich glaube, mit der Firewall. Das wird jetzt zu lange dauern. Deswegen die kurze Verzögerung am Anfang dieser Veranstaltung, weil wir das ja normalerweise live streamen. Es wird aber wie immer eine Aufzeichnung geben, die man auf den Seiten der Institutionen, die diese Reihe ausrichten, seit mittlerweile auch schon fast sechs Jahren sehen wird und auch auf YouTube. Die beiden Institutionen sind, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, wie immer, und die Bundeszentrale für politische Bildung, die diese Redereihe Making Sense of the Digital Society zusammen ausrichten. Es ist der zweite Abend in diesem Jahr. Es folgt ein dritter, am 16. Oktober. Und wir haben schon im Mai mit Rob Kitchen über öffentliche Infrastrukturen gesprochen oder auch, wie die zusammenkommen mit Privaten. Da ging es um Smart Cities, also Infrastrukturen der Stadt und wie man sie organisiert, wie man navigiert in der Stadt. Auch heute wird es um Infrastrukturen gehen, allerdings um ganz andere, mit vielleicht ganz ähnlichen Oppositionen, nämlich was ist eine öffentliche Infrastruktur für das Geld und was dann doch eher eine private, wo kommen die zusammen und wo nicht. Am 16. Oktober kommt dann Kim Scheppeler zu uns, die im Vorfeld der US-Wahl zu digitaler Überwachung und demokratischem Rückbau sprechen wird. Dann wieder auf Englisch, wie meistens in dieser Veranstaltung, heute auf Deutsch. For anyone who's not comfortable with German or who doesn't understand it, we do have two interpreters here in the house. They're actually up there. Quite a nice location, actually. Hi there. And thank you for your job. There's headphones around, so if you need one now, now would be the time to get that. Dann fahren wir wieder auf Deutsch. Weiter. Also heute geht es um Dinge, ganz alltägliche Dinge, die die meisten von uns mehrmals täglich vermutlich machen, wenn auch nicht immer in Deutschland. Allerdings, es geht nämlich unter anderem ums digitale Bezahlen oder vielmehr darum, was daran technologisch und vor allem auch politisch alles dranhängt. Sie kennen das vielleicht, dass es gerade im Moment wundert sich die Welt ja ein bisschen, wie schwierig es ist, manchmal in Deutschland digital zu bezahlen. Mit dem Handy, da stehen sehr viele Artikel in der New York Times und dem Guardian und so weiter, die sich fragen in der Euro, was ist eigentlich hier los, wo bin ich gelandet? Mir ging es ganz umgekehrt. Vor sieben Jahren, glaube ich, war ich mal auf einer kurzen beruflichen Reise in London und fühlte mich sehr schnell, quasi sehr höflich ignoriert von den Briten, weil die einfach auch Kleinbeträge natürlich schon damals mit der Funke bezahlt haben und ich habe hier so Klimpergeld mit mir rumgeschleppt und habe die Leute aufgehalten in der Schlange und so weiter. Und Sie kennen es vielleicht ja auch, wenn Sie zum Beispiel hier von Berlin aus gesehen in Brandenburg sind mit einem Mietauto und Sie es dann nicht mehr geöffnet kriegen mit dem Handy, weil zufällig gerade keine Netzabdeckung zu haben ist. Einer der für mich folgendreichsten Fehler der Merkel-Regierung, glaube ich, weil die erst die Lizenzen vergeben haben an die Mobilfunkanbieter, einfach das nicht reingeschrieben haben, dass Netzabdeckung doch wünschenswert wäre und zwar überall und dafür einfach sehr viel Geld genommen haben. Also Sie sehen, das treibt uns schon länger um und wird uns vor allen Dingen noch sehr viel länger umtreiben in Deutschland, aber auch in Europa und anderswo. Auch wir verzichten heute tatsächlich auf exzessives Internet. Ich habe es schon erwähnt mit dem Livestream. Wir haben aber zum Beispiel auch kein Slido. Dieses partizipative Tool, wo Sie Fragen stellen können vom Livestream, der jetzt hinfällt, haben wir auch abgeschafft. Das war so ein bisschen ein pandemisches Projekt, auch ein Stück weit. Wir brauchen es nicht, aber wir haben Sie hier, die jetzt doch so zahlreich erschienen sind zu diesem frühen Zeitpunkt im Sommer. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Es gibt zwei Mikrofone. Sie können Fragen stellen, wenn der Vortrag zu Ende ist. Ich werde dann versuchen, in ein Gespräch zu kommen mit einer Rednerin, vielleicht für eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist Zeit für Sie. Man kann aber auch trotzdem nachher, wie Sie auch immer wollen, unter dem Hashtag Digital Society mit diskutieren. Gut, man kann sich jetzt über die schwindende Infrastruktur beklagen. Das ist ja längst ein Volkssport geworden in Deutschland, so eine Art Volksventil, würde ich es eigentlich nennen, vielleicht auch für ganz andere Probleme. Oder wir könnten auch, wie so oft, in dieser Reihe hier differenziert drauf schauen, was digitale Systeme grundsätzlich ändern. Und zwar nebst ihrer meistens unbestreitbaren Usability. Also wie viel angenehmer machen diese Systeme tatsächlich meistens das alltägliche Leben und wie niederschwellig sind sie, um daran teilzunehmen. Es wird aber heute eher darum gehen, welche Machtverhältnisse und auch welche Machtverschiebungen in den neuen oder angekündigten Technologien des Geldes stecken, in ihre Trägermedien, in ihren Institutionen und Kontrollorganen, so in den kommerziellen Firmen, die den Geldverkehr noch immer größtenteils regeln. Die nicht europäisch sind, wie viele von Sie wissen, zumindest die meisten nicht. Aber heute geht es ja eben nicht nur um PayPal oder Apple Pie, Apple Pay, Entschuldigung, nicht der Kuchen. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Es gibt dann ein paar Häppchen nach der Veranstaltung tatsächlich für alle, die hier bei uns bleiben. Es geht eben auch um neue Projekte, die in die Zukunft weisen, wie den digitalen Euro. Und wie sich zum Beispiel von Kryptowährungen unterscheiden. Was ist da eigentlich genau der Unterschied vom Handy bezahlen, digitaler Euro, Kryptowährungen? Das schwert für manche so ein bisschen rum. Es gibt aber sehr klare Unterschiede, aber auch ein paar Gemeinsamkeiten. Also wo beginnt quasi eine europäische Souveränität, ein souveränes Vorhaben? Und wo schleicht sich da auch eine neue Rolle der Zentralbanken rein, gerade auch der EZB in Frankfurt? Sie kennen dieses Gebäude am Main, sehr hoch aufgeschossen. Ich finde das fast ein bisschen furchteinflößend, wenn man da draußen vorbeischockt, vielleicht sehr schön in Frankfurt. Und wo da eben dann neue Machtverschiebungen, Machtgefüge entstehen. Das sind nur ein paar Fragen, die unser Gast heute klarer formulieren wird, dass es mir hier möglich ist in dieser kurzen Einführung, um ihre Neugier zu wecken und sie für 90 Minuten vom Fußball abzulenken und von allem, wovon uns der Fußball wiederum auch ablenkt. Allerdings für uns spricht, dass heute gar kein Fußball gespielt wird. Da geht es nämlich erst am Freitag weiter mit der deutschen Mannschaft. Unsere Rednerin heute ist, ich bleibe beim Fußball quasi ausgeliehen, wie man sagt, im Club Fußball von der Justus-Liebig-Universität in Gießen an die Technische Universität in Darmstadt. Dort ist die derzeit Fellow am Institut für Soziologie der TU Darmstadt unterstützt vom Young Investigator Program des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung. Sie leitet Forschungsprojekte zu Finanzinfrastrukturen und geoökonomischer Sicherheit und zu Geld als Datenträger. Von beiden Dingen werden wir heute ausschnittweise etwas hören. Mit zwei Kolleginnen aus, sagt man Groningen auf Deutsch oder Groninge, wäre dann das Niederländische quasi. Mit zwei Kolleginnen aus Groningen und Frankfurt hat sie gerade oder gibt sie gerade ein Handbook on Global Financial Infrastructures heraus, das noch dieses Jahr, wenn ich richtig orientiert bin, erwartet wird bei Cambridge University Press. Alles weitere oder fast alles Weitere erfahren Sie jetzt, aber aus erster Hand. Herzlich willkommen, Carola Westermeyer. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung, die freundliche Einführung und natürlich für die Einladung hier nach Berlin und zu dieser tollen Reihe. Und ja, also wir haben schon gehört, um den Fußball kommen wir eigentlich gerade gar nicht drum herum. Und ja, Geld und Fußball, da könnte man jetzt schon ganz viel zu erzählen. Wir wissen alle, Geld und Fußball ist total eng verbunden. Das Geld nicht nur die großen Organisationen des Fußballs ganz deutlich dominiert, sondern vielleicht sogar korrumpiert, wissen wir auch alle. Aber bei dieser Europameisterschaft gerade ist das Geld irgendwie ein Thema bezahlen, wie es in Deutschland auch nicht funktioniert, ist ein Thema. Aber ein Ding ist auch das Geld nochmal anders aufgefallen und zwar bei der Bandenwerbung und der Sponsorenschaften, die hier bei dieser Europameisterschaft zum Einsatz kommen. Zu den Sponsoren dieses Jahr gehören der chinesische Zahlungsdienstleister Alipay, der auch offizieller Zahlungspartner ist. Alipay, kurz erklärt, ist eine Plattform mit einer elektronischen Geldbörse und darüber kann man Geld versenden und offiziell hier online und offline Käufe auch tätigen. Das Zahlungsdienstleister, aber jetzt insgesamt große Sportveranstaltungen, Sponsoren ist absolut nichts Neues. Ja, vorher waren es Visa und Mastercard, die da auf den Banden standen. Mastercard, Schätzungen zufolge, hat bereits über 100 Millionen Dollar insgesamt an Sportsponsoring ausgegeben. Also vorher waren da die Kreditkartenfirmen und jetzt die elektronische chinesische Geldbörse Alipay. Jetzt könnte man da rein interpretieren, zeitigt jetzt dieser Wechsel an der Bande einen Epochenumbruch von der Karte zum digitalen Geld. Ja, der Umbruch von den US-amerikanischen Unternehmen hin zu den chinesischen Herausforderern. Und wo bleibt hier eigentlich Europa? Ist die Europameisterschaft jetzt auch eine Metapher dafür, dass Europa zwar das Spielfeld bietet, aber dann doch andere die Geschäfte machen? Ich glaube, es ist ein bisschen viel Fußball-Analogie und Banden-Analogie, die jetzt da käme. Aber es triggert auch wieder so ein bisschen an, über die Form des Geldes nachzudenken und die damit verbundenen größeren Zusammenhänge, was ich jetzt im Folgenden machen möchte. Der Ansatz, den ich dabei verfolge, der ist bereits im Titel nicht versteckt, sondern gut sichtbar. Es geht darum, Geld als Technologie zu verstehen. Dabei geht es mir um eine Verschiebung der Perspektive, wie wir ansonsten über Geld diskutieren. Über Geld wird selbstverständlich viel diskutiert. Meistens geht es darum, wer hat viel Geld, wer hat weniger Geld, wie sollte es umverteilt werden und so weiter. Aber heute spreche ich über Geld und dabei bleiben diese quantitativen Fragen eher im Hintergrund. Stattdessen möchte ich eben die Perspektive auf Geld als ein sozioökonomisches und soziotechnisches System lenken und diskutieren, wer mit dieser Technologie jetzt Beziehungen ermöglicht und vielleicht auch eingeschränkt werden. Mit diesem Ansatz ist gemeint, über das Technische als Werkzeug und Gerätschaften hinaus zu gehen, sondern zu zeigen, wie Geld als Technologie eben eng mit sozialen und politischen Faktoren verflochten ist. Die Entwicklung von Geld als Technologie wird beeinflusst von gesellschaftlichen und politischen Strukturen und natürlich beeinflusst Geld, diese ebenso. Und es geht bei der Analyse von Geld als Technologie um mehr als Artefakte. Physische Objekte und konkrete Materialitäten sind Teil ihrer Technologie, aber diese Perspektive umfasst mehr als diese greifbaren Aspekte, auch das Wissen, die Praktiken und die sozialen Strukturen, die Geld umgeben. Dabei muss man immer sich klarmachen, die Anwendung einer Technologie ist kontextabhängig und eben nicht determiniert über die Möglichkeiten oder die Innovationsmöglichkeiten einer Technologie. Die Anwendungen werden nicht durch technische Eigenschaften bestimmt, sondern eben auch durch soziale Faktoren geformt. Dazu zählen die Nutzerinnen, Institutionen, gesellschaftliche Normen und so weiter. Ich möchte im Folgenden zwei unterschiedlich, aber miteinander verbundene Kontexte in den Blick nehmen, anhand derer ich zeige, wie Geld als Technologie soziale und politische Beziehungen prägt. Hierbei geht es zuerst um die Rolle von Geld als Datenträger, anschließend dann um die geopolitischen Implikationen von Finanzinfrastrukturen, die überhaupt die Zirkulation, internationale Zirkulation von Geld ermöglichen. Dann möchte ich den Blick auf eine Form des Geldes lenken, die derzeit im Entstehen ist. Digitale Zentralbankwährungen und im spezifischen den digitalen Euro. Steigen wir ein mit Geld als Datenträger. Eingangs habe ich schon Alipay erwähnt, das zwar bisher in Europa kaum verwendet wird, zumeist, wenn dann von asiatischen Touristen im Frankfurter Flughafen oder am Flughafen, da sehen wir das Zeichen schon mal öfters. Aber in Deutschland ist es eigentlich eher das US-amerikanische Pendant, nicht Pendant, ein bisschen was anderes, PayPal bekannt, das sich vor allem bei Online-Zahlungen inzwischen sehr durchgesetzt hat. PayPal hat zuletzt eine interessante Ankündigung gemacht. Ende Mai kündigte das Unternehmen an, seine Kundendaten für den Ausbau seines Werbegeschäftes zu nutzen. Dabei will das Unternehmen auf die Daten seiner Bestandskunden zurückgreifen und das wohlgemerkt muss man sagen, das ist jetzt natürlich kein besonders neuer Gedanke, sondern es geht eigentlich eher um eine Ausweitung dessen, was das Unternehmen ohnehin schon macht. Bereits jetzt teilt das Unternehmen die Daten seiner KundInnen mit ungefähr 1.000 anderen Unternehmen. Daran haben wir uns eigentlich schon ziemlich gewöhnt, dass unsere Daten, wenn wir online uns bewegen, von Online-Diensten gesammelt werden. Unternehmen folgen dem Data Imperative, so nennen es die Soziologin Foucard und Healy, also der Logik, dass man Daten erst mal sammeln sollte in der Annahme, dass die Monetarisierung oder irgendeine Nutzung schon folgen werde. Auch bei Zahlungsdaten ist es nicht anders. Allerdings will ich kurz auf einen qualitativen Unterschied bei den Daten hinweisen, die jetzt hier mit Transaktionsdaten gesammelt werden. Transaktionsdaten werden als besonders wertvoll gemarkiert und das weiß eben auch PayPal, da sie zahlreiche Schlussfolgerungen über das persönliche Leben und das tatsächliche Verhalten von Individuen ermöglichen. Typischerweise umfasst eine Transaktion und die Transaktionsdaten dazu, einen Zeitstempel, Ortsdaten, Kontodetails der Begünstigsten und die Beschreibung des Kaufs und auch den Betrag, aber eben auch den Betrag und nicht nur. Ein Blick auf unsere Transaktionshistorie gewählt detaillierte Eindrücke in die persönlichsten Informationen, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine monatlich wiederkehrende Überweisung deutet auf das Gehalt hin, zeigt oftmals auch den Arbeitgeber. Zahlungen an öffentliche Einrichtungen enthalten oft Sozialversicherungs- oder Steueridentifikationsnummern. Bestimmte Ausgabengewohnheiten zeigen relevante Verbindungen beispielsweise zu bestimmten politischen oder religiösen Organisationen. Medizinische Ausgaben können auch sensible Informationen über die jeweiligen Krankheiten enthalten. Rundum, Transaktionsdaten sind aussagekräftiger als viele der Social-Media-Daten, die wir hinterlassen. Ob ich einen Post einer politischen Organisation mit einem Like markiere oder ob ich diese Organisation regelmäßig mit Spenden unterstütze, ist ein wichtiger qualitativer Unterschied. Dieser Unterschied ist auch PayPal natürlich bewusst und das zeigt uns ein Zitat des Unternehmens, das sagt, ich zitiere, mit fast 400 Millionen aktiven Kunden und dem Umfang der PayPal-Transaktionsdaten sind wir, PayPal, in einer einzigartigen Position, um eine neue Ära der Handelsentdeckung zu gestalten und Händlern dabei zu helfen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu binden. Innovation und immer die Ausweitung von Angeboten, das sind eigentlich ständige Versprechen der Datenökonomie. Die Versprechung eben, dass mit einer gezielten Auswertung von Daten neue Geschäftsfelder erschlossen werden können, hat sich übrigens nicht nur im ökonomischen Bereich verfestigt, sondern auch durchaus im politischen. Zwar stammen aus Brüssel viele Regelungen, die den Datenschutz dienen, aber es gibt eben auch gerade im Zahlungsbereich Direktiven, welche das Weitergeben von Daten dezidiert ermöglichen, etwa vom Banken an Zahlungsdienstleister. Wir Nutzerinnen sollen in dieser Konstellation unsere Souveränität dann vor allem mittels unserer Zustimmung ausüben. Pointiert lässt sich also sagen, das souveräne Subjekt der Datenökonomie konstituiert sich durch AGBs lesen und Häkchen setzen. Zugleich ist die kommerzielle Nutzung von Transaktionsdaten kein Merkmal des 21. Jahrhunderts. Geld und Transaktionsdaten als Form des sozialen Archivs sind bereits vor Entstehung der Datenökonomie gesammelt und gespeichert worden. Unternehmen nutzen Transaktionsdaten, um ihre Kundinnen zu bewerten und zu klassifizieren und ein ganz wichtiger Bereich ist hierbei nach wie vor die Kreditvergabe. Hier wird sehr viel Datenmaterial zusammengezogen. Transaktionsdaten werden etwas Buchhaltungsunterlagen extrahiert, um die Kreditwürdigkeit von Händlern oder Verbrauchern abzuleiten. Sie fugieren damit als vorhersagender Proxy für andere Aspekte des individuellen und gesellschaftlichen Verhaltens. Aber wie viele andere Bereiche, in denen ist die Menge eben und die potenzielle Verfügbarkeit der Daten mit der zunehmenden Digitalisierung auch in diesem Bereich deutlich angewachsen. Neben der Nutzung von Transaktionsdaten für kommerzielle Zwecke hat der Zugang zu Transaktionsdaten und die Kontrolle über Zahlungsinfrastrukturen aber auch eine weitere und zwar eine direkte politische Relevanz. Transaktionsdaten werden auch Bereich und für die Belange der Sicherheit genutzt. Banken und andere Zahlungsakteure sind schon seit Jahren verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden, um Terrorfinanzierung und Geldwäsche zu verhindern. Das Leitmotiv Follow the Money ist uns allen bekannt und es ist eigentlich, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, bemerkenswert, weil Geld doch eines der unwahrscheinlichsten Dinge ist, die nachvollziehbar sein sollen. Als Recheneinheit verschmilzt Geld mit anderen Geldeinheiten und Geld selbst ist überhaupt nicht in der Lage, wenn wir an Geldscheine denken, etwas über seine Geschichte oder Zukunft auszusagen. Ob die 20 Euro, die Hannah gestern Jonas gegeben hat, die gleichen 20 Euro sind, die Jonas morgen Ali gibt, ist sehr schwer nachweisbar. Und am Beispiel wird schon deutlich, dass es nicht darum geht, den genauen Wert nachzuvollziehen, sondern die Tatsache, dass zwischen diesen Personen Geld geflossen ist. Das wird als aussagekräftig interpretiert. Wenn digitalem Geld gefolgt wird, werden die Datenspuren verfolgt, die Transaktionen in den jeweiligen Datenbanken hinterlassen, in denen sie gespeichert werden. Wenn aus einer regulären Transaktion dann eine verdächtige Transaktion wird, dann passiert das zumeist auf der Grundlage von Risikoassoziationen. Zum Beispiel eine Überweisung nach Syrien wird oft oder wird aufgrund dieser Risikoklassifikation mit einer erhöhten Gefahr für Terrorfinanzierung verbunden und dann entsprechend geprüft. Das kann dann schon mal ein bisschen länger dauern oder die wird einfach gar nicht überstellt. Neben dem Monitoring von Transaktionen setzen Banken und Zahlungsdienstleister auch Sanktionen um. Innerhalb der jeweiligen Jurisdiktion gibt es also Sanktionslisten mit natürlichen Personen oder Organisationen, mit denen dann eine Finanzbeziehung untersagt ist. Diese Prüfung und Umsetzung macht nicht nur jede Sparkasse hier in Berlin um die Ecke und jede überregionale Bank in Deutschland und Europa, sondern auch das größte Zahlungsnetzwerk, das wir soweit kennen, SWIFT. Die in Belgien ansässige Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications fungiert als eine Infrastruktur für internationale Zahlungen, in der sie sichere Bank-zu-Bank-Nachrichten ermöglicht. Es ist für mich die Diskussion um SWIFT im Kontext der Sanktionen gegen Russland tatsächlich ganz hilfreich, weil ich jetzt nicht mal ganz so viel erklären muss, aber darüber kennen wir das natürlich. Aber bei diesen Diskussionen um SWIFT und die Sanktionen gegen Russland ging es darum, russische Banken von diesem Netzwerk auszuschließen. Es ging also bei den Sanktionen darum, die Konnektivität zu verhindern, die das Netzwerk bietet. Ein anderer Aspekt aber ist die Möglichkeit der Überwachung der Transaktion. Und mit dem Zugriff auf die SWIFT-Transaktionsdaten hatten sich die USA schon Jahre zuvor im Zuge des War Against Terror eine maßgebliche Überwachungsoption gesichert, um damit vor allem grenzüberschreitende Banküberweisungen nachvollziehbar zu machen. Darüber können die USA bis heute Sanktionen auch prüfen und sehen, ob ausländische Banken auch vielleicht gegen ihre Sanktionen handeln. Und damit kommen wir eigentlich schon relativ schnell zu einem weiteren Aspekt, und zwar ja den Finanzinfrastrukturen und der Analyse von Geld als solche. Geldsysteme wie eben SWIFT fungieren als Infrastrukturen für Wirtschaftsbeziehungen, sind allgegenwärtig. Sie ermöglichen die Organisation des finanziellen Lebens, indem sie Zahlungen, Schuldenverpflichtungen und den Handel erleichtern. Infrastrukturen aber, und das ist ein wichtiger Punkt, sind eben keine neutralen Netzwerke, sondern gerade in internationalen Zahlungsinfrastrukturen manifestieren sich auch Machtbeziehungen. Das möchte ich jetzt kurz zeigen und ich bleibe beim Beispiel von SWIFT. Die Entstehung von SWIFT ist eng mit der geopolitischen und ökonomischen Entwicklung der 1970er Jahre verknüpft. Globalisierung, Expansion der Handelsbeziehungen, Strukturen, die bis heute den Grad der funktionalen Konnektivität des Netzwerks prägen. Aggregierte Daten, und das ist eine eines dieser daraus entstandenen Karten des SWIFT-Nachrichtenverkehrs, zeigen, dass diese Zahlungsinfrastruktur auch koloniale Routen und Knotenpunkte des Bretton-Woods-Systems kodiert, also dieses in den 70er Jahren entstehende Wirtschaftssystems mit klaren Kern- und Peripheriemustern. Auf der Karte hier sind die blauen Flächen die Kerngebiete, während die grünen die Peripherie darstellen. Und die grauen haben teilweise gar keine Verbindung zum Netzwerk. Das ist jetzt eine Karte von 2013, also auch vor der Annexion der Kripp. Und man sieht, SWIFT war eigentlich nie ein globales Netzwerk. Ein Blick auf die SWIFT-Routen und deren Funktionalität zeigt, dass einige Gebiete der Welt immer relativ isoliert waren und auf Finanztransaktionsrouten über ehemalige Kolonialhauptstädte angewiesen waren, die dann als Finanzknotenpunkte fungieren. SWIFT-Strukturen beinhalten somit Asymmetrien in der globalen Konnektivität, was bedeutet, dass für bestimmte Räume, vor allem Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten, die Funktionalität dieser Infrastruktur stets prekär war. Anstatt eine reibungslose globale Funktionalität anzunehmen, zeigen diese Karten, wie bestimmte Geldbeziehungen priorisiert werden, vor allem jene zwischen den westlichen Zentren. Und andere sind hier deutlich schwieriger zu etablieren. Und daher waren bestimmte Staaten und Gruppen, vor allem die im globalen Süden, vom reibungslosen Funktionieren des Systems lange ausgeschlossen. In Infrastrukturen wie SWIFT sind also Machtbeziehungen eingeschrieben, oftmals die Machtkonstellation der Zeit, in der sie entwickelt und ausgeweitet wurden. Über Jahre hinweg sinken sie sozusagen ein, kann man sich vorstellen, sie sedimentieren, sind also gar nicht sichtbar, werden nicht diskutiert und werden über alltägliches Handeln einfach hingenommen. Dann gibt es aber Zeiten, wo diese sedimentierten Logiken wieder sichtbar werden und herausgefordert werden. Dabei gibt es nicht den einen Moment, in dem sie wieder zutage treten. Man kann argumentieren, dass es ein langer Prozess des Resurfacing, also des Wieder- zum Vorscheinkommens dieser Machtbeziehung gibt, angefangen mit den oder in der Folge der Ereignisse des 11. September, als die CIA und das US-Finanzministerium Zugang zu den Transaktionsdaten von SWIFT verlangten, um eben terroristische Netzwerke zu kartieren. Und sicherlich hat das zunehmende Ansätzen von Finanzsanktionen etwa auch die Abkumpelung des Irans von dem Netzwerk dazu beigetragen, dass das Netzwerk nicht nur von Widersachern der USA als vor allem politisches Netzwerk wahrgenommen wurde. Mit den in SWIFT infrastrukturell kodierten Sanktionen traten Frage zur historischen Kontingenz dieser speziellen Zahlungsinfrastruktur zutage. In der Folge nahmen Vorschläge und Debatten über potenzielle Alternativen für die globale Finanzkommunikation zu. Inherent politische Technologien, das sei gesagt, lassen Sie sich nämlich nicht eben nach Interessenlage umformen. Ihre technisch fixierten Abläufe korrespondieren mit bestimmten Akteurskonstellationen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja dann mach doch mal morgen noch eine Abzweigung sozusagen mal da in einem grauen Gebiet auch. Da ist die Phase der Planung und der Entstehung neuer Infrastrukturen, vor allem der neuen Geldinfrastrukturen besonders relevant. Die hierbei gefällten Entscheidungen, welche Beziehungen prioritär ermöglicht werden, welche Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten für wen bestehen, sind fundamental, da sie eben in die Materialität des Geldes eingebaut werden. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir gleich darüber nachdenken, dass ja auch im Moment neue Geldtechnologien in einem Stehen sind. Wir nehmen also mit diese zwei diskutierten Perspektiven auf Geld als Technologie. Zum einen die Rolle von Geld als Datenträger und die sicherheitspolitische Nutzung von Transaktionsdaten und zum anderen die geopolitische Bedeutung von Zahlungsinfrastrukturen als Zugriffspunkte für Sanktionen und Überwachung von Transaktionen. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt einem dritten Teil einen Blick auf die entstehenden Technologien des Geldes werfen und hierbei vor allem über das sogenannte digitale Zentralbankgeld sprechen. Der wichtigste Unterschied hierbei zu dem, was ich vorher diskutiert habe, ist, dass es hier einen öffentlichen Akteur gibt, also die Zentralbanken, die diese Technologie entwickeln und vorantreiben. Vorher waren es private Akteure, Alipay, Swift und so weiter, alles private Unternehmen oder Swift ist ein Zusammenschluss von Banken. Damit sind wir eigentlich schon bei einem wichtigen Charakteristikum dieser neuen Geldtechnologie, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich digitales Zentralbankgeld. Da müssen wir uns kurz mal einer Sache bewusst werden, die wir im Alltag, wenn wir mit Geld umgehen, uns völlig unbewusst einfach passiert und zwar, dass wir mit zwei Formen von Geld hantieren. Auf der einen Seite Zentralbankgeld, eine Verpflichtung der Zentralbank und das Geld, das Bargeld, bei dem die Zentralbank selbst den Wert garantiert. Aber dieses Zentralbankgeld haben wir als Bürgerinnen und Bürger nur in Form von Bargeld. Auf der anderen Seite, alles digitale Geld ist privates Geld oder Giralgeld oftmals in der Form von Giralgeld. Eben Geld, das zumeist Einlagen sind bei Banken, das aber erstmal ein Kontrakt zwischen uns und der Bank ist. Das heißt, dass sozusagen auch ein Rest Unsicherheit Banken können insolvent gehen. Natürlich gibt es in Europa auch die Einlagensicherung, da sieht man schon, es gibt auch eine enge öffentlich-private Sicherung hier. Aber es ist erstmal eine andere Form von Geld. Mit dem digitalen Zentralbankgeld passiert jetzt das Folgende und zwar, dass wir das Charakteristikum des Zentralbankgeldes nehmen, also das Geld, das sicherste Geld, das wir kennen, direkt von der Zentralbank und es auf eine digitale Infrastruktur bringen und damit digital zirkulierbar machen. Und jetzt ist es aber auch gar nicht nur eine Form sozusagen, wie wir es haben, sondern digitales Zentralbankgeld kommt in verschiedenen Formen. Also es gibt, das werde ich gleich diskutieren, Retail, digitales Zentralbankgeld, das ist etwas, was wir im Alltag nutzen können. Es gibt eine Wholesale-Variante, das ist was zwischen Banken und es gibt auch ein grenzüberschreitendes digitales Zentralbankgeld, das dann die Interaktion zwischen Staaten vor allem ermöglichen soll. Also zwischen Staaten und vor allem grenzüberschreitend zwischen Banken. Jetzt zeige ich Ihnen wieder eine Karte, die ist jetzt ein bisschen bunt und die zeigt uns die Länder auf der Welt, die sich mit dem Thema digitalem Zentralbankgeld überhaupt befassen. Sie sehen, das sind jetzt verschiedene Farben, weil einige Länder erstmal darüber nachdenken, Research machen, dann gibt es einige Länder, die sind schon weiter, die haben schon Konzepte, die haben schon Piloten, so verschiedene Stadien der Entwicklung. Aber insgesamt sind es halt inzwischen schon über 130 Länder, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Und vor fünf Jahren wäre diese Karte auch ziemlich grau gewesen. Vor fünf Jahren war das noch gar kein Thema, obwohl vor fünf Jahren die Technologie verfügbar gewesen war. Aber was war passiert? 2018 oder 2019 hatte Facebook angekündigt, eine eigene digitale Währung ausgeben zu wollen, Libra. Das Ganze wurde dann weiter diskutiert, wurde auch dann sozusagen regulatorisch in einer Art und Weise beeinflusst, dass es dann nicht mehr fortgeführt wurde. Aber diese Ankündigung eines großen internationalen Technologie-Players war für die Zentralbanken und auch Finanzministerien wirklich ein Weckruf oder ein Auslöser, sich mit dem Thema digitale Währung überhaupt zu beschäftigen. Weil das schon als fundamentale Gefahr für die eigene monetäre Souveränität gesehen wurde, dass es jetzt da einen internationalen Akteur gäbe, der über seine Plattform eine Währung ausgeben könnte, die ja auch grenzüberschreitend sein, nutzbar gemacht werden könnte. Das war schon eine ernstzunehmende Gefahr und wurde auch als solche diskutiert. Und daraufhin hat dieses Thema an Fahrt gewonnen. Wie gesagt, die Technologie war vorher schon da. Aber jetzt kam noch mal dieser Moment, wo man sagte, man sollte sich vielleicht mal mit dieser Überlegung beschäftigen. Ein Punkt zu den Kryptowährungen, weil das immer so ein... Ist das jetzt eine Kryptowährung? Ist es nicht. Wir haben es gehört. Hier hinter steht die Zentralbank. Das heißt, der Wert des Geldes ist auch garantiert durch die Zentralbank. Während bei einer Kryptowährung, man könnte sagen, niemand dahinter steht. Andere würden sagen, die Technologie steht für sich. Aber es ist eine Technologie der digitalen Zentralbankwährung, die durchaus Anleihen macht an die Technologie der Kryptowährung, was ein bisschen ironisch ist, weil Kryptowährungen ja gestartet sind, gerade um das etablierte Geldsystem herauszufordern. Und jetzt kommen die etabliertesten Player und sagen, das ist ja interessant. Vielleicht machen wir das auch, aber anders. Also es ist nicht auch, aber es gibt zum Beispiel Überlegungen, ob man die Blockchain nutzt für gewisse Formen dieser digitalen Zentralbankwährung. Ja, also Facebooks Ankündigung war also der Startpunkt, aber trotzdem sind die Motivationen in diesen Ländern wirklich auch sehr unterschiedlich. Es gibt nicht die eine Motivation, die alle vereint. Sondern wir haben vor allem Länder des sogenannten globalen Südens, die die Technologie überlegen einzuführen aus Gründen der finanziellen Inklusion. Teile der Bevölkerung haben gar keinen Zugang zum Bankensystem und sollen hierüber einfach über das Smartphone angebunden werden. Dann geht es auch darum, effizientere, grenzüberschreitende Zahlungssysteme einzuführen. Das ist vor allem für Länder wichtig, die von Remittances oftmals abhängen, also den Zahlungen von ausländischen Staatsbürgern zurück an die Länder, die oftmals teuer sind und langsam sind. Und da ist ja schon lange bekannt, dass internationale Überweisungen deutlich besser laufen könnten und günstiger sein könnten. Da wäre auch die Technologie eine Möglichkeit. Und, und da sind wir eigentlich auch schon in der Europäischen Union. Die Technologie könnte einen Ansatzpunkt für eine weitergewonnene Kontrolle über Zahlungsinfrastrukturen bringen. Und damit sind wir in Europa und beim digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank beschäftigt sich seit 2020 etwa, schon ein bisschen vorher mit dem Thema. Im Oktober letzten Jahres haben sie dann den Übergang von einer Untersuchungsphase in eine Vorbereitungsphase verlautbaren lassen. Hier die Pressebildung dazu. Und hier geht es, wenn ich darüber jetzt rede, über den digitalen Euro, geht es um eine sogenannte Retail-Variante, also das, was wir im Alltag dann nutzen können, sollen können für alltägliche Zahlungen. Und auch hier ist es eine Bedrohungswahrnehmung, die eigentlich auch mit zu diesem Schritt geführt hat. Denn in Europa, das wird auch vorhin angedeutet, sind wir sehr abhängig von nicht-europäischen Zahlungsakteuren. Dabei geht es aber vor allem um Visa, um Mastercard, die vor allem auch im grenzüberschreitenden, aber in der europäischen Zahlungsverkehr absolut dominant sind. Wenn Sie Ihren Sommerurlaub gebucht haben, haben Sie das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einer dieser beiden Karten getan. PayPal holt im Online-Bereich auf. Das sind aber auch schon Entwicklungen, die wir auch schon ein bisschen länger kennen, die einfach da sind. Das Ganze nahm während der Trump-Präsidentschaft an Fahrt auf das Thema, dass man jetzt sagt, diese Abhängigkeit von amerikanischen Zahlungsdienstleistern, das ist was, was wir angehen sollten. Dann gab es 2020 eine Retail-Payment-Strategie, in der die Europäische Kommission eben feststellte, once relegated to the back-office, payments have become strategically significant, they are the lifeblood of the European economy. Also früher war das ein absolutes Thema, was unter ferner lief, technisch überhaupt, wenn dann überhaupt so abgehandelt wurde und überhaupt nicht als signifikant wahrgenommen wurde. Und jetzt ist es High Politics sozusagen. Das war 2020 und das Ganze hat nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen und sicherlich nochmal an Dramatik auch gewonnen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und hier Christine Lagarde, die auch in ihren Äußerungen, da kann man so ein bisschen in der Entwicklung auch sehen, immer ein bisschen dringender und warnender geworden ist und hier 2023 in einem Gespräch sagt, when you look at your wallet and you look at your telephone and see the applications that you use for payments, for the cards you use for payment, you very soon realize that those means of payments are not necessarily European. Und sie macht vorher so einen impliziten Vergleich sogar mit der Abhängigkeit Russlands vor, also der Abhängigkeit von russischem Gas vor dem Krieg in der Ukraine zu hier. Also es ist so, dass man es gerade nicht zitieren kann, aber man hört schon die Andeutung, die da mit einem hergehen, was ja schon bemerkenswert ist. So muss man sagen, das sind die Überlegungen, die auch dahinter stehen und dann soll das Ganze, ist hier ein Ausschnitt aus einem Flyer, a more resilient Europe bringen. Ja, es geht darum, diese Abhängigkeiten anzugehen und eine Stability, maintaining the strength of the Euro in the global finance, sind natürlich dann die Versprechungen, die man dabei hat. Gleichzeitig, und das sei auch gesagt, will man keine Revolution im Zahlungsbereich. Banken sollen weiterhin Banken bleiben, wir sollen weiterhin den digitalen Euro vor allem über die Banken ausgegeben bekommen und das zum Beispiel in deren Apps eingebaut haben. Die EZB will also keine grundsätzliche Neuerung des Geldsystems, sondern einen inkrementellen Wandel auf Grundlage einer neuen Infrastruktur. Jetzt können wir uns aber mal anschauen, naja, wir kennen das ja, Ankündigungen auf europäischer Ebene, europäische Souveränität, auch ein Diskurs, der schon länger da ist. Wie können die das dann umsetzen? Und deswegen ist es ganz interessant, sich mal die Prototypen des digitalen Euros anzuschauen. Jetzt muss ein kleiner Disclaimer gemacht, das ist ein Prototyp, das ist nicht notwendigerweise die Grundlage für weitere Entwicklung, aber es ist eben interessant, weil wir hier sehen können, wie sich die Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren gestalten können in der Technologie selbst. Wir haben oben das sogenannte Backend, der Kern der Infrastruktur, wo die Transaktionen gespeichert sind, wo auch die Wertstellung, das Settlement gemacht wird und dazu gibt es auch noch eine weitere Komponente, die hier mit drin ist, die Offline-Bridge, also es soll eine Möglichkeit auch offline zu bezahlen mit dem digitalen Euro, was in Deutschland, wo ja mal ab und zu mal kein Internet haben könnte, vielleicht eine ganz sinnvolle Erweiterung ist. Aber dieser Kern eben, der soll entwickelt werden vom Euro-System. Euro-System, der Zusammenschluss der Nationalbanken, die den Euro haben, also das ist auch die Bundesbank, das ist auch die Banque de France, die hier mitmacht und koordiniert ist das Ganze bei der EZB. Das heißt jetzt aber nicht, dass die EZB sozusagen hunderte von Entwicklern und Techies einstellen würde, sondern diese einzelnen Komponenten oder einzelne Komponenten dafür, wie zum Beispiel diese Offline-Bridge, wird vom privaten Unternehmen entwickelt und da gab es Anfang des Jahres eine Ausschreibung oder mehrere Ausschreibungen für verschiedene Komponenten, die in diesen Kern integriert werden sollten und die hat einen Gesamtumfang von 1,3 Milliarden Euro. Also schon ein großes Projekt und darum ist jetzt gerade noch das das Vergabeverfahren, wo sich eben Firmen darauf bewerben können und bei dieser Vergabe der Firmen ist es auch nochmal interessant, dass sich nur Unternehmen oder Einzelpersonen aus der EU bewerben dürfen und an dieser Ausschreibung teilnehmen dürfen. Also es könnte jetzt nicht Visas-Ableger in Luxemburg kommen, sondern es geht wirklich darum, hier europäische Unternehmen zu nutzen und auch hier sozusagen diesen Gedanken der europäischen Souveränität auch da weiterzuführen. Unten sehen wir dann das Frontend, das sind die Sachen, die wir letztendlich auf unseren Smartphones dann haben, die Apps, die Wallets, mit denen wir dann interagieren und das können alle bereitstellen, das kann die Sparkasse machen, das könnte Apple entwickeln oder wer auch immer, das ist offen, aber das ist eben der Teil, der auch austauschbar ist. Ich kann auch den Anbieter dieses Frontends wechseln, wo auch immer ich gerne mein digitales Eurokonto eröffnen möchte. Und eben hier sehen wir, deswegen finde ich diesen Prototyp auch einfach wahnsinnig interessant und überhaupt die Veröffentlichung der Europäischen Zentralbank hier zu verfolgen, weil wir eben sehen können, wie sich diese Beziehungen zwischen öffentlichen Akteuren und privaten gestalten, wie der Austausch hier ist, über welche Kanäle hier der Austausch gestaltet wird und natürlich geht es dann darauf darum, diesen Prozess weiter zu verfolgen, aber hier sehen wir halt auch vielleicht einen Ansatzpunkt, wie europäische Souveränität sich materialisieren könnte. Wie gesagt, alles noch nicht fix, aber ein Orientierungspunkt, an dem wir das mal diskutieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir über Geld als Datenträger gesprochen haben, wie sieht es denn eigentlich beim digitalen Euro als Datenträger aus? Und zuerst einmal muss man ganz grundsätzlich feststellen, dass wir im Moment, wenn wir digital zahlen, ja eigentlich gar keine Wahl haben, außer unsere Transaktionsdaten mit privaten Akteuren zu teilen. Da hören wir sicherlich welche, denen wir mehr vertrauen, anderen, denen wir weder mehr vertrauen. Viele denken da viel drüber nach, andere weniger, aber erstmal haben wir vor allem nur die Möglichkeit, das privaten Akteuren zu geben. Mit dem digitalen Euro hätten wir die Möglichkeit, das mit einem öffentlichen Akteur zu teilen. Und da kann jeder und jede für sich irgendwie auch erstmal überlegen, wem man da jetzt mehr vertraut, aber es wäre eine weitere Option. Bei den Dokumenten zum digitalen Euro wird schon klar auch, dass der EZB gewahr geworden ist, dass Privatsphäre in Bezahlen für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Thema ist, die deswegen das auch immer mehr nach vorne bringen wollen. Aber es hängt auch mit dem europäischen Gesetzgebungsprozess ab, der übrigens parallel läuft. Idealerweise hätte er schon vor den europäischen Wahlen abgeschlossen sein sollen, aber er läuft jetzt weiter. Und der digitale Euro, die Entwicklung des digitalen Euros hängt auch eben von diesem begleitenden, gesetzgebenden Prozess ab. Aber die Idee ist, den digitalen Euro mit Zitat dem höchsten Maß an Privatsphäre, das eine elektronische Zahlungsart bieten kann, zu entwickeln. Jetzt gibt es ja manchmal diesen Bargeldvergleich, den finde ich aber insgesamt schwierig, weil jede digitale Zahlung erstmal nachvollziehbar ist. Übrigens auch die Kryptowährung, weil wir eben die Transaktionen allein sozusagen ihrer Wertstellungslogik her auch nachvollziehen müssen. Also auch beim Bitcoin und in der Blockchain ist es so, dass die Transaktion nachvollziehbar ist. Der Unterschied ist, dass sie nicht unbedingt immer zuordnenbar ist. Also im Moment haben wir eine Logik des digitalen Geldes, die sagt, es gibt ein Online-Konto, da steht mein Name drauf, Carola Westermeyer. Und immer, wenn ich dieses Geld nutzen möchte, muss ich immer wieder sagen, ich bin Carola Westermeyer, ich darf dieses Geld jetzt überweisen. Bei Kryptowährungen ist es so, es gibt ein Tresor, da steht kein Name drauf, aber ich habe einen Schlüssel und sage deswegen, ich kann dieses Tresor öffnen und sozusagen damit umgehen. Das sind zwei verschiedene Arten, wie der Zugang zu digitalem Geld ermöglicht wird. Und beim digitalen Euro sind durchaus verschiedene Möglichkeiten auch angedacht. Der Schutz der personenbezogenen Daten ist deswegen auch eben was, was zwischen Regulatorik oder eben Interaktion von Regulatorik und technologischer Entwicklung ermöglicht werden muss. Also beide spielt hier eine Rolle, um das voranzubringen. Und beim digitalen Euro ist es eben wichtig, auch das nachzuvollziehen. Und das ist sozusagen auch das Positive überhaupt, dass wir diesen Prozess haben, weil wir sozusagen dann transparent haben, wie hier entwickelt wird und idealerweise vielleicht so bei Open Source die Software hätten, um auch wirklich nachvollziehen zu können, was passierte eigentlich mit den Transaktionsdaten. Das wissen wir bei vielen privaten Akteuren eben gar nicht. So, und jetzt habe ich ein bisschen was darüber gesprochen, aber Bottom Line ist erstmal, der digitale Euro ist erstmal noch ein Projekt. Die Frage ist natürlich, wird er kommen, wann wird er kommen? Aktueller Zeitplan ist, 2028 könnte eine Einführung passieren. Aber ich hoffe eben, dass wir mit der Diskussion sozusagen oder auch mit der heute vielleicht ein kleiner Beitrag dazu zu leisten, über die zukünftigen Technologien des Geldes auch nachzudenken und sich dieser Diskussion auch in gewisser Weise zu stellen, weil wir ja eben wissen, dass in Infrastrukturen bestimmte Zukunftsbilder auch eingebaut werden und daran entwickelt werden und dass die dominanten Logiken ihrer Entstehungszeit, also jetzt, sich in ihnen manifestieren. Daher ist es eben auch eine offene Frage, welche politischen und sozialen Logiken manifestieren sich jetzt in den jetzt entstehenden Technologien? Wie gestalten wir hier die Beziehung zwischen Staat und Markt? Welche Aufgaben übernimmt wer? Was sollen die machen? Und auch, wie werden insgesamt unsere Geldbeziehungen hier gestaltet? Deswegen ist sozusagen für mich, obwohl dieses Thema jetzt erstmal weit weg scheint, jetzt der Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, weil jetzt wird gestaltet und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, da gestalterisch vielleicht mitzuwirken. Damit möchte ich es erstmal bewenden lassen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Carola Westermeyer, für diesen Vortrag. Es passiert nicht immer, dass ich mich danach klüger finde und ich weiß jetzt nicht, ob das trügerisch ist oder nicht. Wir werden es gleich rausfinden in der Diskussion zusammen. Ich versuche erstmal ein paar Fäden aufzunehmen vom Vortrag, bevor wir dann wirklich noch in die Zukunft gucken, vielleicht tatsächlich was zu tun ist, welche Logiken hier tatsächlich gerade dominant sind, eingebaut wird und wie wir sie vielleicht auch verändern können. Aber ich nehme nochmal ein Beispiel, was Sie anhand vom SWIFT-System gebracht haben und versuche das abzugleichen, was da der digitale Euro ändern könnte. Sie haben zwei Beispiele, glaube ich, gebracht, oder? Das eine ist Russland, was aus SWIFT rausgeworfen wurde, um die Sanktionen quasi damit durchzusetzen. Also ein machtpolitisches Instrument, ganz klar. Das andere ist, wo es da ein bisschen mehr Friktionen gab im transatlantischen Verhältnis zwischen den USA und Europa, war Iran. Also als Trump den Atomdeal aufgekündigt hat, natürlich wollten sie natürlich auch über SWIFT oder wäre es möglich gewesen, über SWIFT zu kontrollieren, wer macht jetzt eben trotzdem noch Geschäfte mit Iran, zum Beispiel Europa, zum Beispiel Deutschland. Und das war dann tatsächlich ein Problem. Also wie machen wir das jetzt? Welches Netzwerk benutzen wir? Jetzt können wir SWIFT weiterhin benutzen, um mit dem Iran Geschäfte zu machen oder nicht? Oder müssen wir dann wiederum als Deutsche oder Europäer Sanktionen der USA befürchten? Was würde jetzt der digitale Euro da nützen? Wäre das quasi ein Schritt tatsächlich in Richtung europäische Souveränität, dass man sagt, ja, das würde jetzt, egal wie man das jetzt moralisch bewertet oder ethisch Europa ermöglichen, auch mit Territorien oder Ländern dies zu machen, die jetzt von Verbündeten ausgeschlossen werden? Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal dieses Beispiel sozusagen, das europäische Beispiel mitgebracht haben, als die Europäer sich in der Situation fanden, dass sie eigentlich gerne mit dem Iran, nachdem sich Trump aus dem Atomabkommen zurückgezogen hat, eigentlich gerne mit dem Iran Handel treiben wollten, aber das nicht konnten, weil sie eben nur über SWIFT da diesen Handel abwickeln hätten können. Und viele Banken dann gesagt haben, nee, nee, also da sehen ja die USA, dass wir Handel machen und wir haben Angst davor, Unternehmen haben Angst davor, von den USA sanktioniert zu werden. Und diese Erfahrung der Europäerinnen und Europäer, dass sie politisch eigentlich Handel treiben wollten, aber keine Möglichkeit, keine Infrastruktur hatten, ihr politisches Versprechen aufrecht zu erhalten, das war, glaube ich, schon ein wichtiges. Also das ist sozusagen eine Erfahrung, die Europa da gemacht hat. Wir können uns zwar einiges vornehmen, aber wenn wir keine Infrastruktur haben, das zu ermöglichen, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, diese Einsicht ist da schon gerade in Brüssel und ist schon sehr eingesickert. Das lässt sich jetzt nicht ganz direkt auf den digitalen Euro übertragen, weil der digitale Euro jetzt erstmal nur für innereuropäische Handlungen entwickelt wird. Perspektivisch ist auch angedacht, da grenzüberschreitend mit zu interagieren. Aber trotzdem ist die Überlegung gewesen, in diese Abhängigkeit, dass es in Washington jemanden geben könnte, der sagt, nee, diese Art von Wirtschaftsbeziehungen möchte ich nicht, möchte ich verunmöglichen durch Sanktionen, durch gezielte Sanktionen, das muss kein ganzes Abkoppeln eines Landes sein. Das können politische Sanktionen sein, die bestimmte Gruppen treffen. Sich nicht mehr in dieser Abhängigkeit zu befinden, das ist, glaube ich, eine Lektion gewesen, die man aus dieser Episode rausgezogen hat und die man jetzt erstmal mit dem digitalen Euro für Europa angeht, um da sozusagen die Gefahr eines äußeren Eingriffes abzuwehren. Sie haben es ja auch erwähnt in Ihrem Vortrag, die Technologie ist schon lange da, die Blockchain sowieso, obwohl man noch nicht genau weiß, welche Rolle die Blockchain tatsächlich spielen wird oder soll im digitalen Euro. Und Sie haben gesagt, naja, es war, oder haben Sie es anderswo auch schon mal gesagt, dass der entscheidende Impuls für die EZB oder für Europa über eine digitale Währung nachzudenken, sei eigentlich weniger Krypto gewesen, sondern Libra oder dann Diem, also die Währung von Facebook, die ja dann quasi regulatorisch verhindert wurde. Aber das hat quasi, das war der Tipping Point für Europa zu sagen, wir gehen da ran. Inwiefern spielen jetzt geopolitische Überlegungen, die wir gerade besprochen haben, da nicht doch eine Rolle, dass man gesagt hat, ja nein, wir müssen uns eben auch vor diesen, quasi vor den Netzwerken der Verbündeten unabhängig machen. Wie schätzen Sie da die Gewichtung ein? Ja, auch da ist es natürlich so, dass jetzt gerade diese dominanten Netzwerke, meistens sind es dann in Europa die US-amerikanischen, aber sozusagen China ist ja oftmals so eine Drohkulisse. Ja. Ja, also auch Alipay, auch da wurde jetzt oftmals diskutiert, ist das jetzt der Start für die Europa-Ausweitung von Alipay und machen wir uns dann auch von chinesischen Netzwerken abhängig. Also ich glaube, diese Drohkulisse dieser geopolitischen Spannung, auf der einen Seite die USA, auf der einen Seite China, auch einfach diese fundamentale Unsicherheit mit Blick auf November, auf die US-Wahl und darüber hinaus, wie sich das weiterentwickelt, ist glaube ich was, was erstmal eine Unsicherheit schafft und aber auch einen gewissen Handlungsdruck erzeugt. Also es geht ja auch jetzt auch weiter, jetzt gar nicht gegen große, also auch gegen große Tech-Unternehmen, aber jetzt erstmal überhaupt gegen eine Abhängigkeit von nicht europäischen Akteuren, was ich, wie gesagt, schon auch bemerkenswert finde. Wir reden hier über die USA und dass man als Europa da sagt, nee, das ist uns eigentlich auch nicht mehr so ganz so lieb, sagt ja schon was darüber hinaus, was man antizipiert oder annehmen könnte, Szenarien, Möglichkeiten überlegen muss, was uns in Zukunft noch erwartet. Also es spielt eine Rolle, ob es jetzt immer die Ausschlaggebende ist in jeder einzelnen Entscheidung, das sei jetzt nochmal dahingestellt, aber es ist was, was sicherlich immer mitschwingt. Sie haben mit dem Fußball angefangen und mit Alipay und so weiter, das ist ja zum Teil auch Werbung, die unterschiedlich gesehen wird, das ist ja quasi Virtual Board Werbung oder so nennt man sie, glaube ich, das heißt die ZuschauerInnen in China und in Europa, auch in anderen Territorien sehen unter Umständen etwas anderes auf dieser Bandenwerbung. Es gibt Ausnahmen, wo das eben nicht so ist, wo dann tatsächlich auch die chinesischen Schriftzeichen in Europa kommen, das ist natürlich auch eine Art von symbolischer Machtdemonstration, könnte man sagen, wir haben das nicht nötig, wir machen das und die Summen sind enorm, die da verteilt werden. Ich habe im Spiegel gelesen, gerade neulich, dass Gesamthaft 568 Millionen Euro ausgegeben werden und dass ein Großteil davon an die drei großen, also BID, Elektroautos, Bildschirme und das chinesische Bezahlsystem geflossen sein. Also das sind keine Kleckereien, das ist sehr viel Geld und auch da fragt man sich wieder einmal mehr, wie so oft in Europa, wenn wir über europäische Infrastrukturen reden, what has taken so long? Es gab doch Bestrebungen tatsächlich auch, jetzt nur ein ganz normales elektronisches Bezahlsystem zu erfinden in Europa und was passiert ist? Das ist eins in der Territorien, wie glaube ich die Niederlande, ich kenne es aus der Schweiz, wo alle mit Twint bezahlen, heißt das da, sehr durchgesetzt tatsächlich und wir benutzen hier locker weiter Paypal und so weiter. Warum ist das gescheitert? Weil die Bestrebungen gab es ja. Genau, die Bestrebungen gab es ja, man muss auch sagen, dass die EZB auch sehr lange oder auch Brüssel, die politischen Akteure haben sehr lange auf eine private Lösung gehofft und auch darauf gesetzt, wollten unterstützen. Es gibt die European Payments Initiative, die großen Ambitionen auch gestartet ist und dann aber, und das ist wahrscheinlich ein europäisches Problem an der Koordination, wer macht es, wie viel, wie viel Aufwand ist es? Also offensichtlich gab es Streitereien zwischen den Banken, die daran beteiligt waren und hat man sich wieder zusammengerauft und just, und ich glaube, das ist kein Zufall, in einem Moment, wo diese Privatinitiative sozusagen gerade auch einem Tiefpunkt war, hat die Europäische Zentralbank sozusagen nochmal die Dynamik des digitalen Euros aufgenommen. Also es ging nicht immer darum, dass ein öffentlicher Akteur das unbedingt machen soll, sondern es gab schon die Hoffnung, dass es da eine europäische Privatlösung, also eine privatwirtschaftliche Lösung gibt. Es gibt jetzt auch, just dieser Tage ist auch die kleine Lösung dieser Initiative herausgekommen, wo man sich nochmal erhofft, jetzt zum Beispiel in Deutschland was ähnliches zu etablieren, was es zum Beispiel in Schwanien und den Niederlanden schon gibt, ein funktionierendes Bezahlsystem als nationale Lösung. Und deswegen ist zum Beispiel in diesen Ländern auch überhaupt noch weniger klar, wozu man jetzt den digitalen Euro bräuchte, weil die ja schon funktionierende Systeme haben. Genau, aber es scheint nach wie vor echt ein europäisches Problem zu sein, erst mal, dass man sich innerhalb der Nationalstaaten und dann nochmal darüber hinaus auf solche Prozesse und solche Initiativen einigt. Also es gab sie, aber sie sind halt bis jetzt nicht erfolgreich gewesen. Ich habe noch eine ganz konkret, vielleicht ein bisschen platt politische Frage, bevor ich nochmal zum digitalen Euro kommen möchte und zwar das, was Sie über die Transaktionsdaten erzählt haben bei Paypal. Das ist ja schon krasses Data Mining und geht darüber hinaus, was so auf sozialen Medien gemacht wird. Das sind so richtig fette Metadaten, könnte man sagen, die da quasi verbreitet werden und eben verkauft, wie man ja auch gesehen hat nach den, was waren das, Mastercard-Leaks oder so, wo ganz viele Daten in Umlauf gelangt sind, die dann plötzlich irgendwo aufgetaucht sind, wo es glaube ich um Babynahrung ging und noch ein paar unappetitlichere Sachen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz alles auf dem Schirm und sie haben da Paypal genannt. Und ich frage mich da ein bisschen, also wir reden jetzt auch sehr lange hier auch immer wieder über den AI-Act, über den Digital Services Act. Das ist alles sehr kompliziert, das sind sehr komplexe Gesetzgebungen, wo aber Europa trotzdem so ein bisschen als Vorreiter, Vorreiterin angesehen wird weltweit, wie man das jetzt tatsächlich regulieren kann. Wie ist denn das möglich, dass so etwas möglich ist in Europa? Also ich meine, das sind ja auch Firmen, die haben ja auch Sitze hier in Europa und die werden auf europäischen Märkten quasi angeboten und so. Die müssten doch eigentlich diesem Digital Services Act folgen, der sowas auf gar keinen Fall zulässt. Wie kann es trotzdem geschehen? Ja, ich glaube, eine Rechtswissenschaftlerin könnte es Ihnen jetzt auch im Detail erklären, warum das möglich ist und dass es schon auch immer die Möglichkeit gibt, auch für Unternehmen, weil es doch noch nach wie vor eine Überzeugung gibt, naja, irgendwie sind diese Daten ja auch schon was Tolles, dass wir diese Möglichkeit haben, sie auszuwerten und man will es den Unternehmen eben ja auch nicht per se verbieten. Das heißt, man gibt Formen, denen man eben nicht personenbezogene Daten auswertet. Das zum Beispiel, das Beispiel Mastercard war dann eines so, wo es dann um Kategorien von Transaktionen gab. Eben zum Beispiel Babynahrung, Gambling war es und andere Sachen, die viele Personen nicht so gerne auf ihrer Kreditkartenabrechnung haben wollen. Und darüber werden dann sozusagen Zielgruppen identifiziert. Also oftmals ist das sozusagen ein Umweg über Klassifikation gar nicht eine Person zu identifizieren, sondern Gruppen zu identifizieren. Und das sind Möglichkeiten, wie man dann natürlich die Datenauswertung wiederum machen kann, wie dann auch das Teilen von Daten ermöglicht werden, eben um dieses personenbezogene rauszunehmen. Aber ich bin keine Datenschutzexpertin. Ich arbeite mit denjenigen zusammen, die sich da sehr, sehr gut auskennen und ich verstehe, it's complicated. Und deswegen, aber ist meine Warte auch in gewisser Weise, naja, es gibt diese Vorstellung auch, dass wir als Datensubjekte da die Möglichkeit haben, ja unsere Einwilligung zu entziehen. Das ist ja immer sozusagen so ein Punkt. Man könnte ja Nein sagen. Man kann ja seine Einwilligung rausziehen. Aber faktisch tun wir das ja nicht, weil wir ja auch einfach bezahlen wollen. Wir wollen einfach teilnehmen. Wir wollen mitmachen. Und diese Souveränität, die da so ein bisschen suggeriert wird, dass wir Opt-out machen können, dass wir sagen können, nee, bitte nicht teilen oder ich stimme jetzt den AGBs nicht zu, hat sich in der Praxis einfach nicht so ganz bewahrheitet. Und ich glaube, da lohnt es sich schon nochmal umzudenken, ob souveräne Datensubjekte letztendlich eben nur noch Häkchen machen oder AGBs lesen müssen, um dann irgendwie da noch die Möglichkeit haben, ihre Daten zu entziehen oder zu ermöglichen. Ja, die Terms of Services sind unser Ruin wahrscheinlich. Nochmal zurück zum technologischen Aspekt vielleicht des digitalen Euros. Da gibt es ein paar Sachen, die ich noch nicht ganz verstehe. Wie auch wahrscheinlich. Es gibt ihn einfach noch nicht. Und das ist ja auch noch viel auszuhandeln. Da können wir vielleicht später auch noch über Handlungsmacht sprechen, wie das überhaupt möglich ist. Aber zunächst einmal ist ja einer der großen Unterschiede zu den Kryptowährungen, die Sie eingeführt haben, wo was ja immer passiert im Kapitalismus, dass die größten Kritiker quasi integriert werden in das System. Das ist auch keine neue quasi Strategie, wenn man so möchte. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied und das ist der Centralized Ledger. Also es gibt quasi tatsächlich eine zentrale, zentralisierte Datenbank, wo all diese Transaktionen, Sie haben es gesagt, quasi nachzuverfolgen sind. Und die Blockchain lebt ja gerade davon, dass das nicht möglich ist, dass das quasi endlos verteilt wird. Auf möglichst viele Server gleichzeitig und eben nicht auf einen, der dann vielleicht in Frankfurt oder Brüssel oder auch auf den Cayman Islands steht. Das werden wir noch sehen. Aber das Problem ist ja jetzt eigentlich, oder was ich nicht verstehe, ist, dass ja gleichzeitig die EU, also die EZB in dem Fall, sehr stark mit dem quasi Buzzword Privacy wirbt. Und wie geht das jetzt zusammen? Wenn wir einen zentralisierten Server haben, einen Centralized Ledger, eine Datenbank, wo das alles da ist und gleichzeitig soll damit Privacy promoted werden. Wie ist das zu verstehen? Weil ich würde sagen, damit wird auch ziemlich grenzenloser Überwachung das Wort geredet, potenziellerweise. Absolut wichtiger Punkt. Potenziell ist es genau so. Man könnte alles in einer Datenbank speichern. Man könnte es auch mit Klarnamen speichern und alles nachvollziehbar machen. Und es wäre ein Traum natürlich eines Überwachungsstaates. Und das ist ja, glaube ich, auch immer dieses, auch wieder die China-Dystopie. Ja, da würde das gemacht. Wobei der digitale Yuan übrigens im Alltag überhaupt nicht sich wirklich durchgesetzt haben. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Frage ist natürlich genau, und da ist es wieder auch, der Teufel steckt im Detail oder die Umsetzung ist im Detail eben sehr wichtig. Welche Daten sind für wen sichtbar und was ist mit der Transaktion verbunden? Und da ist eben die Überlegung, dass persönliche Daten gar nicht mit den Datenträgern, die die EZB hat, verbunden sind. Trotzdem ist immer gleichzeitig die Herausforderung. Man hat die Anforderung, Geldwäschebekämpfung zu betreiben, Terrorfinanzierung zu verhindern. Also muss jemand dann doch wieder schauen. Und das wird wahrscheinlich teilweise auch ausgelagert wieder an die Banken. Also es gibt so Widersprüche, dass man auf der einen Seite versucht, Privatsphäre herzustellen, aber gleichzeitig die Anforderungen aus dem Sicherheitsbereich erfüllen muss. So, und dann geht es jetzt eben darum, wer und wo wird das getan? Und es gibt Vorschläge, aber ich darf gar nicht ins Detail gehen, aber die Überlegung ist zum einen, das zu trennen, eben, dass die EZB sagt, wir wollen da gar nicht so tief einsteigen und diese Nachvollziehbarkeit haben. Die EZB sagt auch, und das ist für eine Zentralbank völlig nachvollziehbar, wir haben auch kein Interesse an der kommerziellen Nutzung von Daten. Klammer auf, dann sollten sie es aber auch für die privaten Akteure wirklich unterbinden. Ja, bis jetzt ist auch wieder da die Maßgabe. Wenn man einwilligt, wäre auch da eine Nutzung der Transaktionsdaten möglich. Aber es geht eben genau darum, das auseinanderzuziehen. Die Transaktion, die Historie, die notwendig ist, um überhaupt digitales Geld nachvollziehbar zu machen und überhaupt als solches zu konstituieren und aber die eigenen Daten. Und da, wie es vorhin so ein bisschen angesprochen ist, so eine Tokenvariante, wo man eben kein Namensschild drauf hat, sondern einen Zugang zu hat. Das wäre eine Überlegung. Aber das ist, geht ein bisschen in das technische Detail, aber da gibt es wirklich gute Überlegungen zu. Es gibt ja auch Überlegungen, also dass man sagt, es muss quasi so anonym und sicher sein wie Bargeld. Und da stößt man natürlich auf sehr offene Ohren in Deutschland. Man kann sich ja nicht nur drüber lustig machen, man muss ja auch die guten Seiten davon sehen und da vielleicht eine gewisse Resilienz, Resistenz, Renitenz, all diese Dinge darin sehen, dass man sagt, nee, ich möchte schon die Möglichkeit haben, auch komplett anonym und nicht verfolgbar Dinge zu bezahlen. Und da redet man jetzt, wenn ich richtig informiert bin, unter anderem von Ihnen, über verschiedene Summen, die man dann so privat bezahlen kann. Sind das 100, 200, 300 Euro? Ist das vielleicht noch mehr Geld, die man dann auch mit dem digitalen Euro so completely untraceable, also nicht verfolgbar, wie Bargeld eigentlich dann bezahlen muss? Sowohl man muss ja die Einkünfte auch quasi transparent machen oder versteuern, ist ja kein Bankgeheimnis, bekanntlich hier in Deutschland. Aber trotzdem, die Frage ist jetzt, wer handelt das aus? Was sind quasi die zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten, in diese Verhandlungen jetzt noch einzusteigen, wo wir wissen, wie Sie es gesagt haben, es dauert noch vier bis fünf Jahre, bis es soweit ist. Was können wir tun? Ja, genau. Also erstmal will ich, weil ich jetzt so viel über digitales Geld gesprochen habe, auch meine Lanze natürlich fürs Bargeld brechen, dass ich auch selber sehr gerne eben für ganz bestimmte Zahlungen ganz bewusst einsetze. Aber trotzdem denke, wir brauchen eine möglichst anonyme digitale Variante, weil wir vielleicht oder in manchen Regionen schon früher als später in die Situation kommen, wo selbst wenn wir Bargeld benutzen wollen, gar nicht die Sachen kaufen können, weil wir nicht hinfahren können. Bargeld braucht ja die Nähe auch. Sie müssen ja hinfahren können und mit Bargeld bezahlen. Aber wenn Sie irgendwann keine Apotheke mehr in dem Fünf-Kilometer-Umkreis haben oder eben ein bisschen weiter weg müssen oder einfach online bestellen müssen, dann brauchen wir absolut meiner Meinung nach eine möglichst anonyme Bezahlvariante. Beim digitalen Euro gibt es da eine Überlegung, gerade in Bezug auf die Offline-Variante. Auch da hat man ja auch eine Nähe dann dabei. Und das zu ermöglichen, dann geht es eben auch um Summen. Gibt es da irgendwas, worunter man das komplett anonym machen könnte und sowas. Also das sind auch Überlegungen und Diskussionen, die es gibt. Jetzt war aber die Frage danach, ja, wie kann man sich da jetzt einbringen oder warum, welche Möglichkeit gibt es jetzt als Zivilgesellschaft, da einzukommen? Erstmal ist natürlich ja über die politischen Parteien, ja, das ist eben unsere Form der politischen Organisation, auch gewisserweise ein Interesse zu zeigen an diesem Thema und zu sagen, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Brüssel, uns ist es wichtig, dass das ausgestaltet wird, dass das möglichst auch so gestaltet wird, dass es anonyme Möglichkeiten gibt, dass es datensparsam ist und so weiter. Also ich glaube, Aufmerksamkeit für das Thema und eben nicht, dass es eine Randnotiz und irgendwas, was sehr, sehr weit weg ist, wäre der erste Punkt dahin. Und dann, ja, also gibt es natürlich die entsprechenden zivilgesellschaftlichen Organisationen, NGOs, die wir in Deutschland haben, die sich das Thema auch jetzt mehr und mehr annehmen, die dann auch in die Richtung halt steuern können. Bis jetzt sind die, die sich natürlich besonders dafür interessieren, die Banken, ja, also aus natürlichstem Interesse heraus haben sie das Thema, sind sie das Thema angegangen und, ja, und haben natürlich auch ihre Möglichkeiten dann vielleicht auch auf den Gesetzgebungsprozess in Brüssel einzuwirken. Aber ich glaube, erstmal auch eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken und zu sagen, es interessiert uns, was da passiert, weil es eben so relevant für uns als Gesellschaft ist, dass wir mit Geld ja die zentrale gesellschaftliche Institution überhaupt einen Punkt haben wollen, dass auch im gesellschaftlichen oder in unserem Sinne gestaltet wird, das ist sozusagen der erste Punkt dahin. Aber dann, ja, unsere Gesetzgebungs- und Gestaltungsmöglichkeiten laufen immer über diesen politischen Prozess, der Aufmerksamkeit braucht, der Diskussion braucht, ja, und vielleicht auch überhaupt eine Diskussion, das Geld als Technologie, was ist, was uns alle was angeht. Das wäre für mich schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Offenbar ist das aber sehr schwierig, dafür politische Aufmerksamkeit zu kriegen, wie wir wissen. Ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, aber in den letzten 15 Jahren hat man ja gesehen, dass eigentlich keine ernstzunehmende demokratische Partei, bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig, sich quasi ernsthaft des Themas angenommen hätte in den 15 Jahren oder das nach vorne geschickt hat, in der zweiten oder dritten Reihe, ja. Aber ganz vorne war es ja also quasi nicht existent in vielen Fällen, oder? Ja, absolut. Also auch bei jetzt den Europawahlen war es ein Thema, was ausgespart wurde. Und da denke ich, das ist eigentlich ein Unding, ja, weil man hat dann Angst eben vor Rechtspopulisten, dafür, dass es eben popularisiert wird, dass es irgendwie da einen Diskurs gibt, dass man das Bargeld abschaffen wolle, was ja Quatsch ist, aber man... Ist sofort im Kulturkampf drin. Ja, genau, dass man sich dann im Kulturkampf, und den lässt man lieber aus, anstatt ihn mit einem aufgeklärten Diskurs, ja im idealsten Habermarschen Sinne sozusagen anzugehen. Und man hat eigentlich schon vorher kapituliert und gesagt, das Ganze lassen wir raus. Natürlich, es ist kompliziert, ja. Also ich spreche jetzt hier 45 Minuten und versuche, das Thema zu erklären und warum es interessant ist. Das sagt schon was über auch ein bisschen die Komplexität des Themas. Aber ich glaube, man versteht schon, dass es wichtig ist, auch aus einer Alltagserfahrung heraus. Ich glaube, man kann den Leuten schon sagen, dass es auch sehr, sehr schnell klar machen, warum es ein wichtiges Thema ist. Und ich würde mir wünschen, dass man sich dessen mehr annimmt, dass man sieht, das ist eine digitale Infrastruktur, die wir jetzt hier gestalten. Und da geht es jetzt nicht darum, ob die 2028 wahnsinnig erfolgreich eingeführt wird, sondern ob sie 2030, 2035 und 2040 was ist, was wir als Gesellschaft nutzen und brauchen können. Also so das muss eigentlich die Zeitschiene sein, in der wir gesellschaftlich denken und einfach nicht sozusagen zu kurzfristig. Weil zu oft haben wir ja, wir sehen unsere Infrastrukturen heute, Sie haben es am Anfang gesagt, ja, zu oft haben wir zu kurzfristig gedacht und zu viel über, naja, können wir das jetzt machen und funktioniert das in zwei, drei Jahren. Ich denke, das wäre jetzt ein Anlass dazu, mal zu sagen, wir müssen langfristiger denken und auch anders denken, als wir es bis jetzt getan haben. Endlich mal ein Thema, das ein bisschen Zukunft zulassen würde eigentlich, was uns ja oft so schwerfällt bei vielen anderen Themen. Aber jetzt sind Sie dran. Ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber ich nehme jetzt die ersten Publikum. Gehen ganz viele Hände auf einmal. Ich muss gucken auf die, ich habe die erste Frage kam vom Herrn mit dem Hut und der Brille, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, um Sie besser zu identifizieren. Ja, und ich versuche dann, ich habe da hinten noch was gesehen und hier. Hier vorne in der Mitte. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mein Name ist Martin Czesilski. Vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Zwei Fragen. Zum einen haben wir in den vergangenen, glaube ich, zehn Jahren gesehen, dass die EZB-Politik durchaus durch ihre Nullzinspolitik ja auch Umverteilungsmechanismen veranlassen kann. Massivst nach oben. Kann man jetzt so sehen, kann man nicht so sehen. Ich vertrete jetzt immer die Meinung. Die spannende Frage. Und vor allem ist sie unabhängig ja politisch. Also von daher haben wir eigentlich, wenn wir uns auch an die Politik wenden, ist, finde ich, die spannende Frage, was kann man dann wirklich erreichen? Meine Frage. Sie haben jetzt viel über den Zahlungsverkehr erzählt. Mich würde interessieren, gibt es auch Überlegungen bei der EZB sozusagen eben diesen digitalen Euro irgendwie zur Inflationsbekämpfung zu nutzen? Beziehungsweise besteht da auch vielleicht die Gefahr einer Umverteilung durch den digitalen Euro? Weil wenn man es sich leisten kann, kann man sich ja gut damit eindecken. Und ich denke, mit EZB-Geld kann man dann ganz andere Transaktionen nochmal durchführen als mit dem normalen Digitalgeld. Punkt eins und Punkt zwei. Würde mich auch nochmal interessieren, bei dieser ganzen Thematik, inwiefern das digitale Geld, ich sag mal, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht nicht möglich ist, Privatsphäre, ich habe gerade nochmal so einen Artikel gelesen über dieses wunderbare, die Bezahlkarte, die aktuell ja für Flüchtlinge im Gespräch ist, wie man damit, was man damit alles programmieren kann. Also von dem Verfügrahmen von 50 Euro im Monat, bis hin, wo man sie einsetzen kann, bis hin, was man damit kaufen kann und so weiter. Also total programmierbar. Und damit werden die Menschen natürlich unglaublich steuerbar. Und das kann da natürlich auch der Fall sein, auch wenn man es vielleicht leugnet. Aber wie Sie gesagt haben, digital ist das alles möglich. Jetzt sehe ich also, ich kann eigentlich nicht an diese Institution herantreten aufgrund ihrer Unabhängigkeit. Sie kann aber solche kraftvollen Technologien in den Raum bringen. Wie soll man da als Gesellschaft mit umgehen? Also Umverteilung, Inflation und soziale Kontrolle, oder? Das sind die drei Stichworte, glaube ich, dieses Redebeitrags und der Frage, wenn ich es kurz zusammenfassen darf. Ja, super Fragen. Ich fange hinten an, bei der Bezahlkarte. Genau, also bei der Bezahlkarte handelt es sich um programmierbares Geld. Genau das, man kann darüber festlegen, was Menschen damit kaufen können, durch Kategorien, ja, Essen, also Nahrungsmittel, Babynahrung ist erlaubt, Alkohol könnte man zum Beispiel verbieten. Das wäre auch mit den digitalen Zentralbankwährungen möglich. Muss man direkt sagen, ist möglich, programmierendes Geld zu machen. Hat die EZB aber sehr, sehr früh ausgeschlossen, weil sie sagt, wir geben keine Gutscheine aus, sondern Geld. Und darüber gibt es auch immer online, ich gucke mir diese Diskussion immer so ein bisschen an, und genau das ist immer ein Schreckensszenario, was aufgebracht wird von freiheitsliebenden Kreisen, zu sagen, ja, wir wollen doch gar nicht erst in die Gefahr kommen, dass das möglich ist. Und natürlich muss man das entsprechend regulatorisch und technisch idealerweise ausschließbar machen. Aber wieder, nur weil es eine Technologie ist und die da ist, heißt es nicht, dass sie auch in allen ihren Möglichkeiten genutzt wird. Also da ist es, glaube ich, aber weder von der Institution gewünscht, noch von dem gesetzgeberischen Prozess. Jetzt sei aber noch kurz die Bemerkung erlaubt, dass ich bei dieser Diskussion und die Bezahlkarte für Geflüchtete schon bemerkenswert finde, dass für diese Bevölkerungsgruppe es total klar war, niemand sich sozusagen mit einem Freiheitsbegriff eingemischt hat und gesagt hat, was machen die denn mit unserem Geld? Ja, jetzt kommen praktische Fragen auf, Sportvereine, die sagen, ja, sorry, ich habe hier kein Bezahlterminal, wie soll denn das gehen? Das sind jetzt so praktische Fragen. Aber so eine Grundsatzfrage, die aufgemacht wurde beim digitalen Euro, dass wir da kein programmierendes Geld haben wollen, weil es eben eher ein Gutschein ist und kein Geld, wird bei der Gruppe der Geflüchteten überhaupt nicht animiert. Also das finde ich immer interessant, wie man daran sehen kann, für gewisse Gruppen ist es offensichtlich politisch legitim, solche Einschränkungen zu machen, für die breite Bevölkerung zu Recht nicht. Also das so dazu, übrigens Klammer auf, programmierbares Geld ist was anderes als programmierbare Zahlungen. Das ist was, was unser Finanzminister immer sehr interessant findet, die Möglichkeit sozusagen, Zahlungen miteinander zu koppeln. Smart Contracts ist da ein Schlagwort. Das ist was anderes, also dass man sozusagen eine Lieferung und eine Zahlung miteinander verbinden könnte etwa. Die erste Frage war die nach der Inflationsbekämpfung und auch da hat die EZB relativ früh klargemacht, der digitale Euro soll ein Bezahlwerkzeug sein und kein Wertaufbewahrungsmittel. Deswegen will sie eben dieses Guthaben, dass wir einen digitalen Euro haben können, erstmal begrenzen. Auf etwa, also 3.000 Euro ist jetzt gerade eine Diskussion, eine Grenze, die das sein könnte. Sodass man sozusagen gar nicht wahnsinnig viel Geld ansparen könnte in digitalen Euro. Gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, dass sie nicht vorhaben, das eben als ein Werkzeug der monetären, der Geldpolitik sozusagen zu nutzen. Also auch das eben, weil sie da sagen, auch das soll weiterhin den Banken überlassen werden. Das ist so diese Aushandlung zwischen dem, was weiterhin den Banken über, also auch zum Beispiel die Kreditvergabe soll weiterhin über Banken gehen und deswegen sollen ein Großteil der Einlagen, die wir jetzt bei den Banken haben, auch weiterhin dort verbleiben. Also kurz gesagt, der Euro soll ein Bezahlmittel sein und keins, mit dem man ansperrt und damit sozusagen irgendwann größere Bezahlung oder überhaupt größere Beträge vorhält. So ist die Überlegung erst mal. Das ist ein Herr da ganz hinten mit meiner Haarfarbe und einer Brille. Genau, ja. Ich wollte eigentlich nur zum Anfang was zur Einleitung sagen von Frau Hofmann. Richtig. Ich wollte da etwas richtigstellen beziehungsweise ergänzen. Also das Internet wurde meines Wissens nach hier in Deutschland oder Berlin wurde nicht hier initiiert, sondern im Haus Podiwil. Da war ein Pilotprojekt der damals Deutschen Bundespost und daran nahm ich nämlich auch persönlich teil. Deswegen weiß ich das. Also wollte ich nur ergänzen, das war auch 1992 und da fing das an. Und da wurde ich auch irgendwie, wie Frau Hofmann, internetsüchtig dadurch. Danke. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Missverständnis. Jetzt gibt es hier einen Herr mit der Brille, der gerade in der Mitte die Hand aufsteckt und dann noch hier vorne. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Mich interessiert so das Stichwort Souveränität und auch die Kryptowährung. Also Sie haben ja die Geopolitik ganz gut dargestellt, dass jetzt Europa hinterher ist, was Online-Zahlungsdienste angeht und auch die Abhängigkeiten und sich jetzt für den digitalen Euro entscheidet, was natürlich realpolitisch sehr plausibel ist. Aber wie wäre es denn, wenn man die Souveränität an die Spitze treibt und sie an die Zivilgesellschaft oder die Individuen übergibt und von Europa aus Kryptowährung nutzbar macht und weiterentwickelt, die dann auch global durchaus Nutzen finden würden, ist natürlich sehr utopisch gedacht. Aber wie haben Sie einen Kommentar zu der Adoption, zu dieser Chance, die jetzt nicht ganz verfolgt wird, in Europa Kryptowährung als zu weit entwickeln? Ja, danke für die Frage. Also erst mal finde ich ja, Kryptowährung war mir von Anfang an irgendwie erst mal sehr sympathisch, weil sie überhaupt das Thema Geld oder Geldschöpfung, Geldform wieder sozusagen auf die Agenda gesetzt haben, weil sie erst mal gesagt haben, es gibt ja auch eine andere Form, wie man Geld überhaupt außerhalb dieses etablierten Systems voranbringen könnte, war sozusagen eine technologische Kritik am aktuellen System. Was jetzt aus Kryptowährung oftmals geworden ist, so ein Spekulationsobjekt und eben nicht dieses Geld sozusagen im Sinne von, ja, ich kann damit wirklich einkaufen gehen. Das ist, glaube ich, sehr weit weg von dem, was man sich anfangs davon erhofft hat. Und eben Kryptowährungen sind ja vor allem jetzt in Investitions- ein Spekulationsobjekt geworden. Und deswegen ist irgendwie die Entwicklung der letzten Jahre, die auf einerseits sozusagen als Erfolg der Kryptowährung gesehen wird, dass so viele damit zu tun haben, aber auch gleichzeitig immer weiter weggekommen von der Ursprungsidee. Deswegen sind solche Ansätze sozusagen zu überlegen, naja, wie könnte man es denn wirklich demokratisch machen? Die gab es zwischendurch. Es gibt ja auch so Thaler, die wirklich auch von entsprechenden Kollektiven vorangebracht wurden, wo man sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat über Privatsphäre und so weiter, die sich aber letztendlich dann nicht durchgesetzt haben, gesellschaftlich auch, weil eben dann doch bei Geld mehr im Spiel ist als Technologie und Möglichkeiten und Privatsphäre, sondern es geht eben Vertrauen, was ist ein Euro? Ja, wir vertrauen irgendwie, dass der Euro morgen noch seinen Wert hat und so weiter und so ein bisschen zeigt er dann auch die Erfahrung, dass es offensichtlich dazu diese größeren Institutionen, die Zentralbanken braucht, die dann auch das durchsetzbar machen. Also ich habe schon gewisse Sympathien für die Ansätze und die Überlegungen, was ist denn wir jetzt Geld mal bottom-up designen würden, aber mein Eindruck ist, bis jetzt sind die immer zumindest lokal an ihre Grenzen gekommen. Also es gibt ja so ein paar lokale Gemeinschaften, die sich darüber organisiert gehabt haben, aber ja, bis jetzt offenbar noch nicht darüber hinaus. Gut, helfen Sie mir, sollte ich nicht männliche Personen übersehen haben bis jetzt, was die Voten angeht, sonst würde ich hier in die zweite reingehen, Sie haben sich schon länger gemeldet und sonst melden Sie sich bitte, wir haben noch ein bisschen. Ich wollte anknüpfen in das Beispiel Facebook, was Sie erwähnt haben, wollte das aber ergänzen etwa zur selben Zeit, hat sich Facebook rausgenommen, als es darum ging, Stichwort staatliche Sicherheit, das Monopol, Gewaltmonopol des Staates, USA in diesem Falle, Daten auszugeben zur Verbrechungsbekämpfung, das war etwas zeitgleich und das hat also sehr viel auf Diskussionen in den USA geführt und von dem Hintergrund, ich sehe hier Demokratie stärken, Zivilgesellschaft stärken, also von daher und wenn dann aktuell zeigen die letzten Wahlen, Europawahlen ja auch ein Stück weit einen erheblichen Vertrauensverlust in die Parteien der sogenannten repräsentativen Demokratie, von daher und zum Glück in Deutschland eben nicht gleich Richtung Rechtspopulismus, denn ein Stück weit ist die AfD hier in Deutschland unter ihren Erwartungen geblieben, was sie selber auch so analysiert haben, in Form durch die sogenannte Wegfall der Hürde, das heißt also, gerade bei den jungen Leuten, die dann bewusst, ja zum Teil auch AfD, aber zum großen Teil auch eben zum Beispiel Volt, die vorher 0,8%, plötzlich 3% oder auch andere. Kommt jetzt bitte aufs Geld für die Frage, was wir hier beim Thema bleiben. Von dem Hintergrund, Stichwort Vertrauen und da will ich anmerken, der Chaos Computer Club hat gerade in Bezug auf Verbrechensbekämpfung, Stichwort im digitalen Bereich, ja, ziemlich lange auch Kooperation mit dem Bundesamt zur Sicherung der Informationstechnologie, quasi die Kooperation, aber mit dem Misstrauen, was entstanden ist, dort diese Kooperation erstmal gekündigt, also quasi ausgesetzt, weil mit dem Argument eben halt Stichwort Vorratsdatum und so weiter, ich will das jetzt nicht ausführen und insbesondere hat dann im Rahmen eines Vortrags auf dem Chaos Computer Club Treffen gesagt, es ist wichtig, offline und online, aber offline nicht nur marginal, nicht nur als Nische, sondern wirklich eine gewisse Gleichrangigkeit, wie würden Sie das einschätzen, wie sowas man realisieren kann, also quasi ein Zwei-Wege-System, offline und online, aber nicht nur, das, was Sie immer gesagt haben, offline mit einzuführen, das habe ich für mich eben einmal so begriffen in dem Zusammenhang, doch nur und das nicht so marginal. Das kann man ja schon mit aktuellen Zahlungsmitteln machen, wenn man beim Rewe zum Beispiel keinen Empfang hat, was ja öfter vorkommt, auch in der Innenstadt Berlins oder so, kann man ja tatsächlich auch ohne Internetverbindung mit amerikanischen Zahlungsmitteln durchaus seine Ware bezahlen, oder? Das ist eigentlich bereits möglich, technologisch ist das kein Problem, oder? Ich gucke zu einem Mitarbeiter, der sich da zum Glück ein bisschen besser auskennt, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da aktuell schon die entsprechenden Offline-Varianten gibt, weil eigentlich ist das was, was man jetzt versucht mit dem digitalen Euro wirklich auch voranzubringen und zu entwickeln, also es scheint da noch nicht diese fertigen Lösungen zu geben und das hat dann jetzt so ein bisschen die Frage, ob es, also man kann sich das vorstellen, die Idee ist, dass man dann praktisch wieder das Guthaben auf dem Handy hat, ja, so wie die Geldkarte, Geldkarte kennen die, ich will jetzt ja auch schon sagen, die Älteren unter uns, aber die Geldkarte gab es mal und in etwa so das Prinzip zu übertragen sozusagen aufs Handy, dass man da ein Guthaben dabei hat und dann würde es funktionieren, auch offline damit zu bezahlen, weil natürlich die Wertstellung dann trotzdem ja irgendwie passieren müsste und irgendwie muss die ja auch entsprechend registriert werden. Also das ist was, was man versucht jetzt umzusetzen. Im Moment, also mein Handy kriegt es nicht so gut hin, wenn ich offline bin, meine digitalen Sachen zu nutzen, aber vielleicht ist da irgendwas was Schweizerisches dahinter, was dir tatsächlich nicht, da bin ich ganz raus. Aber es geht wirklich nur um Bezahlsysteme, also das Mietauto aufzumachen ist dann schon deutlich schwieriger zum Beispiel, das funktioniert dann nicht über eine Bluetooth-Verbindung oder so, das ist online. Ich würde noch eine Frage nehmen aus dem Publikum bevor wir abschließen, hier vorne in der zweiten Reihe. Dann haben wir jetzt noch eine weibliche Person, die würde ich dann trotzdem auch noch da nehmen, um hier nicht eine ganz männliche Runde zu haben. Dann bitte ich Sie aber kurz zu fasten, weil wir es langsam ein bisschen die Häppchen spüren in uns. Ein sehr interessanter Vortrag, der mich allerdings trotzdem etwas verwirrt zurücklässt. Ein Teil der Verwirrung ist der Titel Geld als digitale Technologie, der sich unterscheidet von dem potenziellen anderen Titel Digitale Technologie als Geld, weil ja die Frage des Fiat-Gelds hier aufgeworfen ist und die Zentralbanken ja selber nicht Geldschöpfen tätig sind, sondern es die Geldschöpfungskapazität eben den Privatinstitutionen überlassen ist und von daher ist ja auch die Goldbildung aufgehoben worden, also der ganze Verweis des Geldes auf reale Werte, also auf reale existierende wirtschaftliche, also die reale Welt und der Finanzwelt sind ja zwei getrennte Sphären und wenn die jetzt vollkommen entkoppelt sind, wie wir ja nun gesehen haben, dass man ja auch durch Betrügereien sehr reich auf dem Papier werden kann, wenn das voneinander gekoppelt entkoppelt ist, dann ist es gefährlich, also nur in dem Dialog zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft kann sich überhaupt der Wert des Geldes konstituieren und da frage ich mich jetzt, sind als Instex gegründet worden zur Umgehung der extraterritorialen Sanktionen der USA, die ja auch beim Röhrengeschäft und im Gasgeschäft immer wieder versucht haben, die europäische Interessenlage zu sabotieren, wieso es nicht möglich gewesen sein soll, wenn sich zwei Geschäftspartner, zwei Banken gehen darüber und dafür kommt diese Ware, in diesem Fall Gas oder was auch immer, aus dem Iran, wieso da überhaupt eine Rolle spielt, dass Institutionen wie SWIFT oder so ihr Platz hätte dazu geben, das braucht man doch eigentlich nicht, wenn man sich vertraut und da Vertrauen ja sowieso konstitutiv für das Geld ist, bin ich also doch verwirrt. Okay, versuchen noch mal ein bisschen gegen die Verwirrung anzugehen, der erste Teil genau diese Wertstellung, das ist tatsächlich der Wert des Geldes, Geldschöpfungsprozesse, die bei privaten Banken durch Kreditvergabe passieren, ist hier nicht völlig außen vor, aber ist was, was jetzt erstmal gegeben ist, dass der Wert des digitalen Geldes korrespondiert, also der digitale Euro hat den gleichen Wert wie der Euro in meinem Wallet, also Brieftasche zu Deutsch. Im Unterschied zur Kryptowährung. Genau, die gibt es eben nur digital, also da gibt es tatsächlich eine Entkopplung, Kryptowährungen sind genuidend digital und können den digitalen Raum auch nicht verlassen, aber die Überlegung ist ja immer sozusagen diese Kopplung beizubehalten, den realen Euro, der zirkuliert mit dem digitalen Euro, das heißt, es geht wirklich nur um die Zirkulationsform jetzt erstmal des Wertes und nicht um den Wert an sich. Okay, genau, deswegen sehe ich da schon keine Entkopplung, sondern eigentlich ein Zusammendenken und das ist auch die Überlegung, die man weiterhin beibehalten will, eben um das Vertrauen des Geldes aus dem analogen Bereich ins Digitalia auch zu überführen. Bei Instex, und das ist tatsächlich interessant, weil nicht jede Bank weltweit kann jeder anderen Bank Geld direkt schicken. Die sind einfach nicht miteinander verbunden. Also selbst ja die ich habe jetzt nicht über die Korrespondenzbanken gesprochen, das wäre nochmal ein weiteres Element, das da reinkommt, aber die korrespondieren und interagieren über Netzwerke, über Knotenpunkte. Warum? Das ist die da. Ja, weil es sozusagen die also die geschäftsleute kommen von hier, weil ehrlich sind, das ist kein Problem, dann braucht man keinen Druck. Ja, aber ich glaube, das Geldsystem ist nicht wie die Post, dass jeder eine Adresse hat, sondern die Adresse ist sozusagen nur über das System sichtbar. Also die Swift, Sie kennen Ihre Swift-Nummer, die sozusagen die Banken jeweils gibt. Sonst könnten sich die Banken tatsächlich nur über die Post sozusagen das Geld schicken. Also sozusagen so gesagt, also da gibt es keine Kommunikationswege, also es gibt, man könnte es über Fax und sowas, aber keine sicheren, also ja, Fax war dann eine Alternative, willkommen in Deutschland, aber das sozusagen, da gibt es keine effizienten, sicheren Kommunikationswege Alternative. Es gab dann Alternativen, die aufgestellt wurden, Instex wohlgemerkt, hat trotzdem nicht die grenzüberschreitenden Zahlungen ermöglicht, sondern hat praktisch so einen Austauschmechanismus ermöglicht, dass die, also die Bank, die sozusagen in Deutschland das Geld hatte von der Handel mit dem Iran, hat sozusagen die deutschen Akteure miteinander interagiert und die iranischen Akteure haben interagiert, um diese grenzüberschreitenden Zahlungen weiterhin zu vermeiden. Aber gut, aber das ist ein bisschen technisch vielleicht, genau, aber Da spiegelt sich ja vielleicht auch ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, eine Art koloniale Matrix, gesehen haben, was ja gerade die digitalen Zentralbankwährungen versucht zu umgeben, deswegen sind sie in China auch ganz anders gepusht und in Afrika zum Beispiel, wo es dann tatsächlich eher um Inklusion geht und eben nicht auf dieses alte System, europäische System mitunter der Korrespondenzbanken zurückgreifen zu müssen. Wir haben jetzt wirklich noch eine Frage einer weiblichen Person, die ich sehr ungern wegdrücken würde, deswegen in der zweithintersten Reihe gibt es hier noch eine Frage, bevor ich dann gerne abschließen möchte. Vielen Dank. Noch bloß, ne? Ich glaube, es ist an. Es ist auch bloß eine ganz kurze Frage und zwar, wie sind denn eigentlich Pripet-Karten bei Insolvenz geschützt? Bitte? Ich habe es jetzt akustisch nicht so gut verstanden, vielleicht kann man Ja, sagen Sie es nochmal einfach. Wie sind denn Pripet-Karten gegen Insolvenz geschützt? Die sind einfach, also, da ist ja sozusagen das Guthaben drauf und wenn es leer ist, dann ist es ja nicht da. Oder was meinen Sie mit Pripet-Karten? Meinen Sie die Debit-Karten? Ja, alles das, wo man einen Betrag als als Geschenk oder als für die künftige Nutzung raufbuchen kann. Dann haben Sie das auf dem elektronischen Format sozusagen selbst drauf. Dann ist es egal, ob der Herausgeber insolvent ist. Ich überlege jetzt kurz noch, ob das, also Hauptsache, Sie haben eine elektronische Möglichkeit sozusagen das Guthaben, das da drauf ist, wieder abzurufen. Das wäre jetzt das Wichtigste. Aber ich glaube, erst mal, Insolvenz wäre jetzt sozusagen indirekt damit verbunden über einen Herausgeber oder die Möglichkeit, dass es elektronisch nicht mehr abrufbar ist. Das wäre eine Gefahr, dass man da nicht mehr dran käme auf das Guthaben, das man auf einer Prepaid-Karte hätte. Aber ja. Danke. Sehr konkrete Fragen. Ich möchte zum Schluss nochmal von sehr weit weg kurz drauf gucken auf das Phänomen europäische Infrastrukturen, das ja auch schon in vielen anderen Bereichen hier diskutiert wurde. Die Cloud ist eins, die nicht funktioniert hat, jetzt trotzdem hybrides technologisch mit amerikanischer und chinesischer Technologie zusammen verbaut wird, zum Teil. Aber gucken wir mal auf die EZB. Die EZB wird, wenn der digitale Euro kommt, sehr wahrscheinlich eine ganz andere Rolle spielen oder vielleicht auch eine mächtigere Rolle als bisher. Und wenn man jetzt kurz in die Geschichte guckt, da gibt es ja auch sehr viel Kritik an der EZB. Ich zitiere dort und die Paraphrase da Josef Vogel, eigentlich ein Literaturwissenschaftler, aber der sich seit über zehn Jahren mit Geld und Kapital beschäftigte, ja auch sagt, naja gut, das waren in den 60er Jahren so quasi informelle Treffen von verschiedenen Banken und Zentralbanken, die da mehr oder weniger die EZB unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfunden haben und sie in die Maastrichter Verträge geschrieben haben, glaube ich, wann war das? 1964. Ludwig Erhard hier in Deutschland hat 1948 hat es so genannt, hat gesagt, nur hier auf freien Märkten findet der Staat die sittliche Rechtfertigung im Namen des Volkes zu sprechen und zu handeln. also wenn da quasi schon politische Souveränität an eine EZB ausgelagert wird und Vogel nennt sie dann auch die Regierung letzter Instanz in einer gewissen Polemik natürlich, aber er argumentiert auch sehr lange, warum er das so sieht. Jetzt wird diese Bank, die eigentlich demokratisch nicht so richtig legitimiert ist von ihren Ursprüngen her, woher sie kommt und auch weiterhin ist es sehr komplex an diesen Verfahren teilzunehmen, noch wichtiger. Also was muss passieren, bis ein Agent von dieser Tragweite dann selbst quasi überwacht wird oder eben demokratischen Prozessen ausgesetzt wird, die jetzt eigentlich kommen müssten? Genau, also absolut richtig. Die EZB ist nach der Finanzkrise hat sozusagen in der Geldpolitik nochmal eine wahnsinnig Aufwertung bekommen. Josef Vogel hat da toll zugeschrieben, diese Rolle, die sie dann auch eingenommen hat und natürlich auch die Kritik daran, dass es eine technokratische Institution ist, eben die Kritik auch, dass sie überhaupt nicht in keinster Weise demokratisch legitimiert ist, aber was natürlich gleichzeitig genau der Punkt ist an der Zentralbank, dass sie unabhängig von der Politik ist. Das ist natürlich immer diese Grundspannung, die wir bei den Zentralbanken haben. Zugleich muss ich natürlich sagen, ja, da geht es jetzt auch darum, zu sagen, naja, was wäre denn A natürlich Szenarien, wo politische Entscheidungsträger sich verändern, wenn da jemand sozusagen mehr auf Überwachung setzen würde, dass wir da Vorkehrungen machen, dass dann eben dieses Instrument nicht für politische Zwecke genutzt werden kann, aber gleichzeitig natürlich auch vom Akteur selbst, also der EZB selbst, da Vorkehrungen machen, Auditorien, immer wieder kritische Befragungen, und die EZB muss sich ja etwa dem Europäischen Parlament in der Befragung immer stellen, das auch weiterhin zu stärken, weiterhin da die kritischen Befragungen aufrecht zu erhalten, um da die demokratische Kontrolle zumindest indirekt auch weiterhin zu haben. Aber ja, klar, das ist eine Frage und das ist auch eine berechtigte Kritik immer wieder an den Zentralbanken, ja, wie können wir da überhaupt Einfluss nehmen oder wie, inwiefern sind sie da überhaupt legitimiert, das zu tun, was sie tun. Aber, also, ich will jetzt nicht nochmal ein großes Fass aufmachen, für die EZB selbst ist, glaube ich, dieses Projekt Digitaler Euro eben deswegen auch so spannend, weil es jetzt hier nochmal einen anderen Aspekt auch für sie aufmacht. Also sie hat es eben bis jetzt immer nur mit Banken, mit sozusagen über ihre Geldpolitik eine spezielle Art von Kommunikation auch betrieben, die eben vor allem in diesen Zirkeln irgendwie reflektiert wurde und worauf auch dann reagiert wurde. Jetzt mit dem digitalen Euro fährt sie oder ist sich bewusst geworden, naja, dass sie da andere Publika anspricht. Also zum einen ist es die europäische Politik, aber letztendlich ist es eben auch irgendwann die europäische Öffentlichkeit, so es denn so eine überhaupt gibt, man ist ja oftmals in Nationalstaaten unterteilt und sich da schon auch Gedanken drüber machen, wie geht das eigentlich, wie können wir eigentlich die Öffentlichkeit jetzt von etwas überzeugen, das haben die bis jetzt noch nie machen müssen. Das kennen sie gar nicht. Genau, kennen sie gar nicht. Auf einmal müssen die mit den Menschen auf der Straße sozusagen in eine Beziehung treten, zumindest indirekt und das ist auch eine Herausforderung für die jetzt erstmal und das finde ich wiederum sehr spannend, dass sich diese Zentralbank, die ja sonst, Sie haben es auch anfangs sehr schön beschrieben, ja in Frankfurt hoher Turm, gerade auch immer dieses, ist auch gegensätzlich zu den Banken auch gerade auch architektonisch ja auch so platziert und so weiter, sich jetzt aber nochmal anders mit auch einer europäischen Öffentlichkeit auseinandersetzen muss und das ist auch ein Prozess, der jetzt gewisserweise einsetzt. Also klar, die Frage ist ja der Kontrolle und da muss man weiterhin auch oder Auditorien und sowas das einziehen. Das andere ist aber auch, ja, gibt es vielleicht auch eine andere Beziehung zwischen uns Bürgerinnen und Bürger und der Zentralbank, weil sie jetzt mit so einem Instrument auch vielleicht viel alltäglicher wird, weil wir sie jetzt auch vielleicht alltäglicher wahrnehmen könnten. Also das ist die Frage auch der Ausgestaltung und wie sich diese Beziehung verändert. Also die EZB muss lernen und wahrscheinlich zum ersten Mal von SozialwissenschaftlerInnen wie Ihnen, Frau Westermeyer, nehme ich mal an. In Zukunft, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich glaube, ich werde in den nächsten paar Tagen, das verfliegt wahrscheinlich schnell wieder ein bisschen mehr Bar bezahlen, solange sie denn überhaupt Bargeld finden in Berlin, was nicht irgendwie fünf Euro kostet pro hundert Euro, weil da ist ja der Service auch sehr viel schlechter geworden tatsächlich, aber ich werde mir das immer ein bisschen neu überlegen. Jetzt müssen Sie erst mal gar nichts bezahlen, weil es draußen ein paar Häppchen gibt und auch ein paar Freigetränke, wozu wir Sie jetzt herzlich einladen. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren aus Darmstadt. Carola Westermeyer. Vielen Dank. Danke, dass Sie gekommen sind. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.